Dann ist es wunderschön, wenn jemand von seinem hohen Ross runterkommt. Wir Menschen, wir sind niedrig und tun uns höher, als wir selber sind. Richtig? Aber Gott ist ja nicht so wie wir Menschen. Gott, der erhaben ist, kann sich erniedrigen. Wir, die niedrig sind, erhöhen uns jeden Tag. Wir kommen uns als die besten Gockel vor. Obwohl wir Dreck sind. Dumme Sünder. So ist Gott nicht. Gott ist das Gegenteil von uns behämmerte Menschen. Wenn jetzt Jesus anstatt im Kreuz, also wenn er jetzt nicht gekreuzigt worden wäre, nennen wir mal, der wäre jetzt im elektrischen Stuhl. Würdet ihr dann so einen elektrischen Stuhl mit euch tragen, anstatt das Kreuz? Ich wusste, dass er das so ein Blödsinn hat. Nein, das Problem ist ja, es hat mit dem elektrischen Stuhl nichts zu tun. Das hat mit dem elektrischen Stuhl, es wurde ja vorhergesagt, dass der Herr Jesus eben kommen wird, um die Sünden der Menschen zu bezahlen und dadurch durchbohrt werden, also an einem Holz gehängt werden. Das wurde vorhergesagt. Ja, aber nehmen wir mal an, damals gäbe es jetzt das Holz nicht. Okay, nehmen wir mal an, Mohammed wäre eine Frau. Ja. Prophetin Mohammed da. Ja, und dann? Ja, und dann würde die Diskutanz, würdest du dich auch als Frau verkleiden und Diskutanzen? Ja, da sind wir auch zwei verschiedene Fassur. Nein, das ist blöd Sinn. Nein, du kannst nicht alles relativieren. Irgendwo gibt es eine Grenze. Verstehst du? Mohammed ist Mohammed, ist ein Mann und das ist so, nimmst du an oder nimmst du nicht an? So einfach, es ist nicht elektrische Stuhl. Kreuz, Baum, Holzstück, nimmst du an oder nicht? Nicht, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Mohammed solcher Skateboardfahrer wäre? Du hast auch Skateboardfahrer. Ja, ist so ein Hobby. Ist so ein schönes Hobby. Ja, okay. Skateboardfahrer und Harkentherapeut. Und danach Nackentherapie. Nach Skateboardfahrer. Du kannst diese Fantasie jetzt, es spinnen bis zur Unendlichkeit. Das macht keinen Sinn. Das bringt dir nichts und das bringt uns auch nichts. Ja, aber ich würde sagen, ich würde sagen, Hör dir das mal an. Sahi Bukhari, 7439, Achtung, hör mal zu, Saka, guck mal hier. Wenn nur noch diejenigen übrig sind, die Allah allein angebetet haben, sowohl die Gehorsamen als auch die Bösen, wird man zu ihnen sagen, was hält euch hier? Wenn alle Leute weg sind, sie werden sagen, wir haben uns von ihnen in der Welt getrennt, als wir sie noch mehr brauchten als heute. Wir hörten den Ruf von jemandem, der verkündete, jede Nation soll dem folgen, was sie zu verehren pflegten. Und jetzt wir warten auf unseren Herrn, dann wird der Allmächtige in einer anderen Gestalt zu ihnen kommen, als die, die sie beim ersten Mal gesehen haben. Also sie haben Allah schon beim ersten Mal gesehen. Und er wird sagen, ich bin dein Herr. Und sie werden sagen, du bist nicht unser Herr. Und niemand wird zu ihm sprechen, außer den Propheten. Und dann wird zu ihnen gesagt, kennt ihr irgendein Zeichen, an dem ihr ihn erkennt, also euren Herrn erkennt? Sie werden sagen, das Schienbein. Und so wird Allah dann sein Schienbein entblößen, woraufhin sich jeder Gläubige vor ihm niederwerfen wird. Und es werden diejenigen bleiben, die sich vor ihm niederwarfen, nur um anzugeben und einen guten Ruf zu erlangen. Heftig? Allah wird sein Schienbein entblößen? Und die Muslime werden ihn anhand des Schienbeins erkennen? Mich wundert jetzt gerade, dass du so verwundert bist. Ich meine, dein Gott war ein Mensch. Der ist Panne, der Typ. Ohne Spaß. Er ist unglaublich. Weil ihm das gerade nicht schmeckt, pass mal auf, Leute. Weil ihm das gerade nicht schmeckt, weicht er sofort ab und sagt, ja, der Mensch ist doch, dein Gott ist ein Mensch. Das schmeckt mir. Egal, was mein Gott mir verschrieben hat, das schmeckt mir. Also, ob du willst oder nicht. Du hast doch ein Problem damit. Du hast doch direkt ausgewischt und bist direkt direkt zum Bibel gerannt. Mir geht es um deine Reaktion. Hä? Du machst oft schockiert so, ey, guck mal, der zeigt ein Schienbein. Du sagst doch zu uns, dass Allah keine physische Form hat und so. Und dann sehen wir doch trotzdem, dass er ein Schienbein hat. Verstehst du? Wir haben damit kein Problem, dass Gott menschlich Mensch wird und Körperteile hat. Ihr habt damit ein Problem. Aber in euren Schriften ist das so beschrieben, dass Allah einen Körper hat. Und damit habt ihr ein Problem. Wir haben kein Problem damit, weil unsere Schriften bestehen dazu. Hier steht nicht eure Schriften. Ich habe von dem Koran geredet, dass ich das da nicht gefunden habe. Also 68, Vers 42, das ist der Kontext der Geschichte. Findest du in Saibukhali 7, 4, 3, 9. Warum ersetzt du dich nicht damit auseinander, Mann? Du musst die Quellen, die der Arme dir sagt, schreiben und dann hingehen und los geht's, studieren. Anstatt Shisha-Wa zu gehen. Weil wenn heute Nacht Gott bewahre, der Tod kommt und du hast die Wahrheit nicht herausgefunden, du hast einfach, was weiß ich, das Ganze auf die leichte Schulter genommen, dann ist es vorbei. Regst du dich wirklich so auf oder spielst du das? Was? Regst du dich wirklich so auf oder spielst du das? Nein, ich schreck mich wirklich auf über deine Ignoranz. Das ist doch traurig, was du machst. Guck mal hier an, was du glauben musst. Pass mal auf. Ein niemals schwächelnder PINIS und unstillbares Verlangen. Auf derselben Seite lesen wir ein Buch zu dem, das hier, aus dem Hadith von Abu Umama. Er sagte, dass er hörte, wie der Gesandte Allah gefragt wurde, gibt es SEX im Himmel? Er antwortete, dort Punktpunktet man mit einem PINIS, der niemals des Punktpunkten müde wird und mit endlosen Verlangen und man Punktpunktet, indem man seinen PINIS hart und härter in was hineinschiebt. Hast du was Verstörenderes als das gehört? Ja, hab ich. Soll ich dir sagen, die, die, äh, guck mal, du hast ja jetzt gefragt, ob ich was Verstörendes gehört hab, ne? Das ist, äh, das erste Testament, die Regeln des ersten Testaments, das ist viel verstörender. Wer hat denn das alte Testament herabgesandt? Ne, ich sag ja nur, du hast, guck mal, du hast doch gefragt, ich hab doch gar nicht... Wer hat die Tore herabgesandt? Lass mich doch nur antworten, ich antworte doch nur darauf. Du hast was gefragt, ich hab was geantwortet, wo ist denn das Problem jetzt? Wer hat das alte Testament herabgesandt, laut deiner Theologie? Der Allmächtige. Allah? Es gibt nur einen. Kritisierst du deinen eigenen Gott gerade? Ob ich den sehe? Kritisierst du deinen eigenen Gott gerade? Ne, ne, ne. Warum machst du das dann gerade? Womit denn? Du hast direkt, bist du wieder losgezogen, hast das alte Testament erwähnt. Du hast doch nur gefragt, ob ich was Verstörendes gesehen hab, oder? Ah, siehst du, also hast du gerade zugegeben, dass dein Allah etwas Verstörendes herabsendet, richtig? Du bist ja gar nicht bewusst, was du da machst. Das zählt ja nicht für uns. Du bist ja gar nicht bewusst, was du da machst, mein Lieber. Herr Hübscher, das zählt ja nicht für uns. Das erste Testament. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst. Jetzt gehen wir wieder ins Lächerliche. Komm, ich bitte dich. Komm, danke. Danke, dass du dabei warst. Beleidigt direkt seinen eigenen Gott, gibt das zu. Ja, ja, der Allmächtige hat das herabgesandt. Dann sagst du, dass der Allmächtige verstörende Sachen da sagt. Ah, nee, das geht nicht mehr für uns. Auf einmal. Ja, wenn es ihnen gefällt, ist das für die, wenn es ihnen nicht gefällt, ist das nicht für sie. Ja, das ist so unerträglich. Das ist so Bazar. Bazar, deswegen kommt ja auch Bazar eben aus solchen Kulturen. Aus unserem Kulturbereich, aus dieser islamischen Kultur, Bazar. Was dir gefällt, nimmst du, was nicht, dann nicht. Die schlechten Verse kann man nie benutzen, aber die guten, die man findet. Genau, die schlechten Verse sind immer falsch übersetzt. Und die richtigen, also die, die denen gefällt, die sind richtig übersetzt. Das ist die Nutzung. Hallo. Hallo, mein Lieber. Wie geht's euch? Mahmoudi, Jesus, gut. Und dir? Auch gut, danke schön. Also ich wollte euch mal ein paar Fragen stellen. Also ich will gar nicht über Hadiths sprechen oder so. Du selber bist Muslim. Also ich bin geboren und mir wurde gesagt, dass ich Moslem bin. Also Islam und alles, aber ich interessiere mich eigentlich für alle Religionen. Finde ich alles interessant und so. Ich habe Respekt vor allen, wer was glaubt. Also ich gucke mir solche Sachen immer an, wie ihr euch immer debattiert, Debatten führt und so was. Und ich denke mir einfach, ist das, ähm, ist das gut? Also ist das, also ist man ein guter Christ, wenn man sich lustig macht über eine andere Religion? Ja. Ist man dann ein guter Christ? Ja, ja genau. Elia, du musst die Bibel lesen. Ich weiß nicht, du bist ja kein Christ, ne? Nee, nee, deswegen frage ich. Ja, Elia, der Prophet im Alten Testament zum Beispiel, hat sich lustig gemacht über den Baal. Ja, die Baalspriester haben sich geritzt und haben Baal angerufen und der Baal konnte nicht antworten aus dem Himmel. Und Elia hat zu den Baalspriester gesagt, ja, ihr müsst ein bisschen lauter schreien, weil der hat ein bisschen Probleme mit den Ohren. Euer Gott, der hört das nicht so, oder der ist auf Reise. Er kann eure Sachen, die müssen lauter schreien und euch noch heftiger ritzen. Und daraufhin haben die noch mehr gemacht. Ja? Okay. Also ist das in Ordnung bei euch, wenn man sich über andere lustig macht? Ja, wenn es lustig ist, muss man es auch lustig belassen, ja. Wenn es ernst ist, muss man ernst. Muss ich mal gucken, was was ist. Nicht immer alles lustig und nicht immer alles ernst. So ist das Leben. Ich bin auch mit Muslimen aufgewachsen und alles. Und ich bin ein Türke, meistens geht man als Türke zur DITIB-Moschee und sowas. Und ich kenne auch sehr viele Muslime und wir sind ja auch nicht nur einfach so ein kleines Volk. Und ihr stellt aber uns alle so dar, oder ihr stellt alle Muslime so dar, als wenn, ich weiß nicht, die schlimmsten Menschen auf Erden sind das schon gar nicht. Nein, haben wir nie. 99% der Muslime haben mit dem Islam gar nichts zu tun, so wie du zum Beispiel. Ich wäre interessiert, ich wäre interessiert an Christentum. Ganz ehrlich, also auch bei den Muslimen, die so immer irgendwas raussuchen von den Christen und sowas. Und versuchen, dem Christentum zu widerlegen oder die Christen versuchen, die Muslime zu widerlegen. Ich wäre einfach, als jemand, der außenstehend ist, richtig abgeneigt von jeder anderen Religion, die ständig nur darauf beharren, andere Leute fertig zu machen. und lustig zu machen und immer nur solche Sachen zu machen. Was hältst du denn davon, dass dein eigener Gott die Juden und Christen beleidigt und alle Ungläubigen? Schau mal, ich sag ja, das geht ja gar nicht darum. Das geht nur darum. Das kann doch nicht wahr sein. Und sobald es darum geht, das ist so krass, das ist so krass. Das verfehlt uns herzlich wenig, was ein Mensch eine für eine Meinung hat. Ich bin interessiert, okay? Ganz gut, ich bin interessiert jetzt und ich bin auf der Suche nach einer Religion, okay? Ja. So, und wenn ich mir jetzt euch Christen angucken würde und wenn ich mir die Muslime angucke und wenn ich mir die Juden angucke, würde ich mich für keine Religion entscheiden. Ja, aber die Wahrheit ist immer noch knallhart. Wenn ich dir die Wahrheit nicht sagen würde, auch wenn sie dir nicht gefällt, dann mache ich mich schuldig. Die Wahrheit kannst du mir aber auch sagen, ohne andere Menschen fertig zu machen, ohne ständig auf irgendwas rumzuhacken. Nein. Es gibt in der Psychologie eine Art Ohrfeige, um den Menschen aus seinem Schlaf rauszuholen. Du kannst ihn sonst nicht rausholen aus seinem Tiefschlaf, nur mit Ohrfeige. Du weißt von Jesus, dass er gesagt hat, wenn jemand dir eine Wange schlägt, dann halte die anderen. Es geht um eine geistige Ohrfeige, ich meine nicht eine physische Ohrfeige. Warum denkst du denn nicht, ich rede immer vom geistigen Ohrfeige, wenn man argumentativ jemanden darauf hinweist, dass derjenige auf dem falschen Dampfer ist und wenn derjenige sich dumm stellt zum Beispiel. Das ist so, als wenn jetzt, Entschuldigung bitte, ich will dir nicht zu nahe treten. Ich kenne dich und ich kenne deine Frau und ich beobachte deine Frau, wie sie dir fremd geht. Und ich komme zu dir und sage, mein Lieber, ich will dich davor warnen, du bist mit einer schlechten Frau zusammen. Und du würdest mir das nicht glauben, weil es dich so heftig weht, weil es dir wehtut. Du möchtest das nicht wahrhaben, weil es zu schockierend ist. Also was mache ich? Ich gehe da hin und filme das. Und dann stelle ich dir den Film vor deinen Augen und dann kriegst du den Schock deines Lebens. Aber das ist so, die Wahrheit tut weh. Soll ich dir die Wahrheit nicht sagen, nur weil es dich schockt, nur weil es dir wehtut? Nein, da mache ich mich selber schuldig. Ja, das ist ja in Ordnung. Deine Wahrheit kannst du ja verkünden, das meine ich ja nicht. Aber warum erachtest du das bei diesem Fall richtig, aber bei dem anderen Fall dann nicht? Nein, nein. Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meine damit, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich vorhin auch gesagt habe, wenn ich interessiert wäre an einer Religion, würde ich auf jeden Fall nicht irgendwelche Leute glauben, dass sie die Wahrheit sagen oder dass das der richtige Weg ist, wenn ich sehe, wie sie ständig hetzen. Wogegen hetzen? Eine andere Religion. Also ich glaube... Islam ist keine Religion, sie ist erstens eine Ideologie, eine politische Ideologie im Mantel einer Religion, weil sie hat Staatsgesetze, wie der Mensch zu leben hat, mit Strafen, hier auf der Erde. Das ist keine Religion, wie du denkst, das kommt nur daher. Aber es ist eine versteckte Ideologie unter dem Deckmantel einer Religion. Ja, ich wollte euch einfach nur mal sagen, ich fände das besser, wenn man ein bisschen mehr Respekt hat vor anderen Glauben. Okay, warte. Haben wir die ganze Nacht respektlos geredet mit den Leuten da draußen? Guck mal hier. Ich schaue mir ganz oft sowas an. Gülkan, 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 guck dir das mal an. Der Sura 98, Vers 6, guck mal, was Allah sagt. Tatsächlich werden diejenigen, die nicht glauben von den Leuten des Buches, das heißt Juden und Christen, und die Politisten, das heißt alle Andersgläubigen, im Feuer der Hölle sein und dort für immer bleiben. Sie sind die schlimmsten aller Lebewesen. Also wir sind so das Niedrigste vom Niedrigsten in Allas Augen. So Dreck, Müllhaufen. Aber ich habe vorhin zugehört, zum Beispiel, Reza hat auch gesagt, das Leben nach dem Tod zum Beispiel, wenn man jetzt nicht wiedergeboren wurde und sich getauft hat und alles, ne? Ja, was hat das denn mit der Beleidigung zu tun? Da wird man in Höllenfeuer geschmissen, hat er gesagt. Ja, natürlich, aufgrund der Sünden werden die Menschen gerichtet werden. Aber hier sagt Allah, Juden und Christen und alles andere Gläubige sind schlimmer als Tiere. Der beleidigt uns. Das sagt der Gott der Bibel, nicht so den Menschen. Ja, der schmeißt einfach in die Höllenfeuer. Ja, das ist eine Konsequenz ihrer Sünden, aber keine Beleidigung. Wenn ich sage, wenn du 200 kmh fährst. Ich meine diese Art jetzt gerade von Ex-Muslim, ne? Ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber diese Art, oh mein Gott, und... Ja, was soll das? Du bist doch ein Mündiger, du bist doch ein erwachsener Mensch. Du musst doch verstehen, wenn mein Bruder oder ich dir etwas erklären, dass das hier oben auch Klick macht. Ist das so schwer, jetzt einfach vernünftig zu reden? Wir reden ja immer noch vernünftig mit dir, aber du bist doch ein erwachsener Junge, du bist doch ein reifer, erwachsener, intelligenter Mann. Wenn ich dir etwas vorlese, dass du auch begreifst, aha, ich habe den beiden einen Vorwurf gemacht und gesagt, ja, ihr seid so zwei Leute, die Religionen beleidigen. Aber bin mir gar nicht bewusst, dass mein eigener Gott die Juden, Christen und alle andersgläubigen als schlimmer als das Tiere beleidigt. Ja. Das verstehst du nicht. Deswegen sage ich, mein Lieber, hast du nur noch Zeit gehört, was ich dir gesagt habe? Ich sage ja, ich verstehe das schon, ne? Ich habe schon gesehen, dass ich irgendwie den Islam verteidige oder sonst irgendwas. Ich sage die ganze Zeit, wäre ich ein Interessent, ne, der zum Beispiel Interesse an Christ sein hätte, dann wäre ich auf jeden Fall abgeneigt, wenn ich euch zuhöre, sehe eure Art und Weise, wie ihr euch hier verhält, manchmal auch euch lustig macht und lacht und Leute beleidigt und macht und tut, das finde ich einfach nicht korrekt von euch. Ja, aber warum sollen wir denn heuscheln? Warum sollen wir hinter den verschlossenen Türen lachen? Wenn ich sehe, wenn ich sehe zum Beispiel die Muslime, die machen auch so eine Debatten wie ihr, ne, die sind nicht so. Ach, die sind nicht so? Ne, ich schaue mir was, ich glaube nicht. Und dann hast du doch noch gesagt, sie sind so. Ja, dass sie sich auch lustig machen. Ich finde das nicht gut, dass sie andauernd Dinge... Ich danke dir, dass du da warst, Heuchelei brauche ich hier nicht, siehst du, wie der ist, der Typ. Gerade sagt er noch, ja, ja, wenn ich euch Muslimen und Christen zuhöre, dann habt ihr Ableibungen gegen Islam und Christentum. Und dann sagt er auf einmal, ne, aber bei Muslimen ist das nicht so, ey, wie fertig müssen die Leute nur sein, Mann. Ja, der lügt hier, wie gedruckt, ne, und wird nicht rot, ne. Der hat vorhin gesagt, ja, ich war bei den Muslimen, die machen das genauso wie ihr, ihr macht das genauso wie Muslimen, oder vor allem dann sagt er, ich bin meine Muslimen, die machen das nicht so wie ihr. Das ist heftig. Dann sagt er, ja, ich verteidige ihn, doch bin ich es da. Ins Gesicht. Als erstes, mein Lieber, wenn du mir noch zuhörst, wenn du noch hier drin bist, als erstes musst du lernen, nicht zu lügen. Ja. Und zweitens, erst, wenn du aufgehört hast zu lügen, kannst du auch hier hinkommen, um deine Mitmenschen dann zu kritisieren, wenn die einen Fehler machen. Aber erst mal zieh den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du deine Mitmenschen kritisierst. Wenn du selber voller Fehler bist, dann musst du auch uns verzeihen, weil wir auch Fehler machen. So einfach ist es. Und dann haben wir uns alle lieb. Dann bist du fair und gerecht. Ich grüße euch. Gott segne dich und deine Familie. Hi, grüß dich. Ich bin der von damals Topol. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Iraner? Ja. Immer da. Schubi. Schubi. Ich bin genau da reingekommen, wo ihr über Gott mit Schienbein und Fers und so gesprochen habt. Ich mache mich ja auch schlau. Ich lese ja auch sehr gerne. Kannst du einmal sagen, in welcher Aya und Sura das steht und wo bei Said Bukhari? Kannst du nur mal sagen, Amir? Said Bukhari. Ja, das ist Said Bukhari, 7439. Moment, Moment. Nein. 7, 3. Nein, 7, 4, 3, 3. Ach so, Moment. Jetzt hat er einen Rücklauf, glaube ich, ne? Rückkopplung. Er ist kurz raus. Bist du raus? Ja, nee. Ich gehe ja immer kurz in WhatsApp, um zu notieren. Ah, okay. Und bei Iran, wo steht das? Sura 68, Vers 42. 68, 42. Okay, ich hoffe, euch beiden geht's gut. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Dir auch. Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen, vielen Dank, mein lieber Dottasch. Mach's gut. Ich schau mit dem Rutsch. Ich schau mit dem Rutsch. Ciao. Ciao. Ja, so ist das. Wenn man die Wahrheit sucht, wird man auch fündig. Und da gibt es auf diesem Wahrheitsweg eben sehr viele Höhen und Tiefen, viele Tiefschläge, viele Hürden, Hindernisse. Und jemand, der wirklich die Wahrheit sucht, der möchte wissen, was los ist hier auf diesem Planeten, im Universum, der wird durchdringen und Gott wird ihm helfen, das zu verstehen. Du darfst nicht vorher aufgeben, du musst dranbleiben. Ja, wie Indiana Jones, wie der kämpft sich da durch die Dickichte mit seinem Schwer. Guck mal hier, die Arme, das ist metaphorisch, die arme Sarah, die das nicht begreifen will, dass Allah ein physisches Schienbein hat. Hello. Am Ende Zungenreden. Ja, ja, genau, das war Zungenreden von den Wahlspriestern, die jetzt meistens in der charismatischen Gemeinde eingemündet ist. Keine Ahnung. In Schwerenstatt, das geht gar nicht. Es ist nicht egal. Nee, es ist nicht egal. Ist ja das nicht egal? Illegal, das ist illegal. Mir ist kalt. Lukaku. 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 Hallo, Amir. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Hallo, Reza. Hallo, mein lieber. Ich hätte nur eine Frage zum Islam. Ich wollte wissen, diese Huris im Himmel, die den Männern servieren werden oder keine Ahnung was. Ein Muslim hat gemeint, also ich weiß, du wirst bestimmt darüber lachen, aber ich wollte deine Erklärung, weil ich bin nicht so Profi darin. Er meinte, diese Huris stehen im Himmel für die Männer da, nur um diese zu servieren. Ja. Und nicht mit denen zu schlafen. Das ist ja kein Problem. Ich kann ja etwas vorlesen, damit du weißt. Servieren heißt eben, in allen Service zu verfügen. Pass mal auf. Guck mal hier. Der Gesandte Allahs wurde gefragt, schlafen die Leute des Himmels mit ihren Frauen? Er, Mohammed, sprach ja, mit einem mächtigen PENIS, der mit dem Punktpunkt niemals aufhören kann. Und Vaginen, die von diesem PENIS pausenlos gepunktpunktet werden mussten. Und ihr Verlangen ist endlos. Sifat al-Jannah von Ibn Abi al-Dunya Nummer 265. Da haben wir die Frage schon beantwortet. Das war's. Und das haben wir selber beantwortet. Sie sind die ganze Zeit damit beauftragt, Jungfrauenhäutchen zu zerreißen von diesen Jungfrauenhäutchen. Die ganze Zeit. Bis in aller Ewigkeit. Ja. Ekelhaft. Und dann habe ich ihn gefragt, aber wieso steht dann im Koran geschrieben, dass sie Jungfrauen sind, wenn sie nur servieren werden? Wieso diese, diese Information? Dann meinte er, ja, weil die einfach im Himmel sind und da ist man, wie soll ich sagen, sündenlos und die wurden niemals von Männern angefasst und keine Ahnung was. Und dann musste ich mich kaputt lachen, weil ich habe ja schon deine Streams gehört und es schien nicht so zu sein. Ja, Allah beschreibt ja im Koran eben die Aussehen von diesen Huris und sagt, die haben große Brüste. Ja, damit der Mann eben, oh, so große Dinge, dafür bin ich bereit, mich in die Luft zu jagen, um an diese großen Dinge ranzukommen. Ja, nicht nur das, der Hintern der Huris ist 1,6 Kilometer breit. Es ist überliefert im Hadith von Imam Ahmad, von Asshad al-Darir, von Sher bin Husab, von Abu Huraira, das ist der Gesandte Allah sprach, Dem Mann werden 72 Frauen von den Hudl-ein, Paradiesjumfrauen zuteil und der Hintern einer, jeder von diesen Frauen ist 1,6 Kilometer breit. Al-Bidayah wal-Nihaya, Band 20, Seite 338 bis 339 und Musnad Ahmad hadith 10, 5, 4, 9. Ja, toll, richtig Ghetto, Ghetto. Hallo, ich sage mal in den Kommentaren, sie sagt ganze Zeit, dass wir verloren sind, diese Sarah. Ja, das ist eine arme Seele, ganz, ganz arme Seele, ganz arme Seele. Wie kann man als Frau eigentlich Muslima sein? Ich verstehe das wirklich nicht. Die begeht auch noch Tabaruj, du weißt ja, was der Mohammed gesagt hat. Das ist ekelhaft. Ich würde das als Frau lesen, ich würde niemals den Islam annehmen, niemals. Das ist so dreckig. Aber ich hätte auch eine Frage, wegen dieser Huris, sind das normale Frauen, die hier, also auf dieser Erde leben? Nein. Die sterben werden und hochgehen werden? Nein, 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 das sind Paradiesjumfrauen, die nur zu diesem Zweck sexueller Befriedigung und so weiter erschaffen wurden von Allah. Und man muss sich mal vorstellen, diese Wesen, diese Hoodies sind ja ewig zu den sexuellen Diensten von Männern und das ist ja eigentlich Horrorvorstellung für eine Frau, für diese Wesen, die immer sexuell zu Diensten sein müssen für die Muslime. Das ist ekelhaft. Und das für die Alleewigkeiten, die ihre Jungfrauenhäuschen zerreißen und die gehen wieder in die Schlange zurück, Nummer 72, Nummer 71 kommt nach vorne. Dann zerreißt der Muslim wieder die Jungfrauenhäuschen von der 71, dann geht die wieder in die Schlange zurück und dann Allah macht dann wieder ihre Jungfrauenhäuschen wieder zu und dann kommt die wieder ran. Also das in Dauerschleife und bis in die Alleewigkeit. Das ist so. Nicht nur das, nicht nur das, der Muslim, der im Himmelreich von Allah ist, der kann sogar schwanger gemacht werden. Zieht euch das mal ein. Der Gesandte Allahs, möge Allah auf ihn beten und ihn grüßen, sprach, der gläubige Mann, der sich im Paradies nach einem Kind sehnt, soll trächtig schwanger gemacht werden. Die Schwangerschaft wäre mit Satt der Geburt innerhalb einer Sa'a, einer Zeitspanne von 20 Minuten beendet, sofern er sich das wünscht. Sunan ibn Majah, Band 5, Buch 37, Hadith 4338. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt manche Leute hier drinnen, die sagen, Amir liest aus seinen eigenen Büchern. Ja, natürlich, ich kann Sunan ibn Majah einfach so präsentieren, das Buch von ibn Majah. Und das war so lustig vorher, als dieser Muslim den Alten Testament beleidigt hat, obwohl das bei denen auch von Allah kommt. Ja, wenn es ihnen gefällt, dann ist das nicht von Allah, wenn es ihnen gefällt, dann ist das von Allah. Es ist immer wie Bazar, was dir gefällt, nimmst du, was dir nicht gefällt, lässt du. Das ist so lustig. Und Amir, letzte Sache auch, was ich schwöre, es ist so lustig, immer im Live bei dir zu sein. Es ist besser als Comedy. Ich mache nicht mehr Netflix. Ich schaue nicht mehr. Ja, siehst du, ich verlange nicht von den Leuten hier Abonnement und so. Ich mache das alles für die Leute, damit sie das nehmen und selber Aufklärung machen. Und Leute, ihr macht alle hier 5 Euro. Amir, Abonnement. Das ist der Fitnessstudio von Amir Arapour. Ihr müsst euch anmelden bei FitHeads und dann werdet ihr fit gehalten ständig. Das ist eine Dauerabonnement bei FitHeads. Und dieser Al-Bahner, der war so lustig. Er sagt so, ja, wieso, die ganze Zeit sagt er, wieso heißt du eigentlich Ex-Muslim und so. Und dann sagt er, ja, such mal den Fehler und ich musste mich kaputt lachen. Ich wollte einfach reinkommen und ihm sagen, ich zeige dir den Fehler. Du sagst Amir, was ist der Fehler, weil er heißt Ex-Muslim, aber du sagst das mit einer albanischen Flagge. Und diese albanische Flagge ist der Symbol gegen den Islam. Ja, so ist das. Das ist der richtige Fehler. Schau dir das mal an, ein weiterer Hadis, der das bestätigt. Allah ist wie eine Nähmaschine. Der Gesandte Allah sprach, immer wenn die Männer im Paradies mit ihren Frauen Verkehr haben, also SEX haben, wird je nach die Jungfräulichkeit der Frauen wiederhergestellt. Sie werden wieder zu Jungfrauen. Al-Bidayah wal-Nihaya Band 20, Seite 350 und Tafsil al-Kurtubi Band 15, Seite 42. Siehst du, wenn ich rede, rede ich nur mit Quellen. Ohne irgendwie RTL oder irgendwie einen Blödsinn. Maschallah, Maschallah. Also Allah ist damit die ganze Zeit beschäftigt, immer wenn der Muslim fertig ist, sofort wieder zuzunehmen. Unfassbar. Ja, aber diese Leute sagen, warum macht ihr euch lustig? Aber ich kann mich nicht manchmal beherrschen, wenn ich sowas höre zum Lachen. Verstehst du, auch wenn man versucht nicht zu lachen. Aber es ist lustig. Das ist so. Ich fahre mir vor, so später, wenn ich Kinder haben werde, so die Bibel zu lesen und so weiter. Und dann habe ich diese Vorstellung bei Muslimen. Wenn sie jetzt zum Beispiel ein Muslim einfach den Koran aufschlägt und er liest diese Geschichten vor seine Kinder. Wie macht er das? Wie sie mit Huris erklären? Gar nichts, gar nicht. Die versuchen das nicht zu lesen. Papa, was ist das? Was ist deine Huris? Erklär mir. Frag deine Mutter. Ja, das Problem ist auch, dass 99 Prozent der Muslime sowas erst gar nicht kennen mit den 72 Jungfrauen und das Paradies. Sie kennen das alles gar nicht. Deswegen macht der Amir ja auch diese Aufklärungsarbeit, damit er eben diese Leute aufklärt. Weil es gibt Leute, die sagen, ja, wir stehen dazu. Das ist unsere Religion und Allah hat uns das gegeben, diese 72 Jungfrauen. Und wenn Allah sagt, wenn ihr euch in meinem Weg begibt und Leute tötet und dabei getötet werden, im Dschihad, kriegt ihr die 72 Jungfrauen. Wir glauben daran und wir machen das. So wie die ISIS. Ekelhaft, einfach ekelhaft. Ja, aber 99,9 Prozent der Muslime kennen diese Sachen gar nicht. Die sind halt, ja, so Traditionsmuslim, auf dem Papier, auf dem Pass steht einfach nur Muslime. Die kennen gar nichts. So wie diese Albaner vorhin. Er sagt, ich bin Muslim, keine Ahnung was. Und dann bei den Chats, ich lese einfach so Kommentare. Er fragt nach Nummer, so hier Mädchen, was drinnen sind. Sagst du, gib Nummer und so weiter. Ja. Solche Muslime sind das. Eure Shisha-Muslime. Möchtest du mir mal sagen, meine Lieben, dann hol ich dir nichts. Nein, ich gehe gleich raus. Auf jeden Fall, mach weiter so. Ist wirklich wie Netflix, besser als Netflix sogar. Netflix. Netflix. Wir müssen anfangen, irgendwie so wenigstens 13 Euro im Monat an Amir, jeden Monat zu geben. Nein, umsonst haben wir das überhangen, umsonst geben wir das weiter. Diejenigen, die was geben wollen, die geben, wenn nicht, dann wird es weitergemacht. Ist egal. So ist das. Jeder von uns hat Fehler, jeder von uns hat seine Sünden, aber mich hier hinzustellen und dafür dein Geld zu verlangen, das ist für mich das ganz Schlimmste. Ich würde das machen an Amir, wenn du irgendeine Plattform machst. Ich zahle mich besser als Netflix. Deswegen nehme ich auch niemals an Matches teil, deswegen werde ich auch niemals hier so Abonnement die Leute abschließen lassen. Nein. Ich helfe den ganzen Leuten, dass sie das nehmen und selber das dann verbreiten und ihre Aufklärungsarbeit machen. Verstehst du? Ja, aber sie haben auch was davon, weil es ist richtig lustig. Trotzdem, es geht hier um die Seelen, die gerettet werden, nicht um Geld. Genau. Ja, natürlich. Wenn jemand etwas gibt, dann freuen wir uns, wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ist auch kein Problem. Wir lieben trotzdem die Menschen, die hier drin sind. Ist auch kein Problem. Auf jeden Fall Gottes Segen und vielen Dank, dass es dich gibt. Auf jeden Fall, Riese auch. Dankeschön, Schwester. Ja, wir alle sind nicht fehlerfrei. Also von daher, wir wissen ganz genau, jeder von uns hat seine Sünden und sowas. Aber wenn ich schon über dieses Thema rede, dann ist das natürlich ein Ding, wo ich nicht jetzt hingehe und auf einmal in die Option da reingehe und die Leute dann hier Abonnement bei mir abschließen lasse oder hier an Matches teilnehme, damit ich da voll die Kohle mitmache und sowas. Nein, das ist nicht in Ordnung. Also meiner Auffassung nach, wenn das jemand macht, dann muss er natürlich überlegen, was er da macht. Wie oft will der Typ das denn noch machen, Armin, mit diesen Dings? Okay, ich danke dir. Du gehst erst mal aufs Stummschaltpaket. Reicht doch mal. So, unfassbar. Ja, der Sinn und Zweck dieser ganzen Aufklärungsarbeit ist auch vor allen Dingen nicht nur Muslime, sondern auch die Christen und die Atheisten über den Islam aufzuklären, sodass sie auch selber dann andere Leute aufklären, wie so eine Art Kettenreaktion. Darum geht es ja, dass die Menschen aufgeklärt werden, was diese Religion betrifft. Schönen Abend durch bei Ihnen, Armin. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Ja, Bruder, wieder kein Festanliegen, aber trotzdem so. Vielleicht dein Netzgespräch nicht so auf Diskussionsbasis. Ich bin gerade zum Beispiel kurze Zeit vertreibt. Zeit vertreibt. Ja, und so, zum Beispiel, Armin. Armin. Ja, mein Lieber. Ja, zum Beispiel, du zeigst zum Beispiel, wo Islam nicht mit der Wissenschaft zusammen zum Beispiel anscheinend nicht so kompatibel ist. Aber selbst in der Bibel zum Beispiel gibt es Verse, die auch nicht mit der Wissenschaft so kompatibel sind. Wir gehen auch nicht hin und sagen, die Bibel hat wissenschaftliche Wunder, so wie ihr das macht. Richtig? Jetzt geht der raus, das kann doch nicht wahr sein. Das ist so unglaublich. Trotzdem gibt es wissenschaftliche Beweise, zum Beispiel die Dinosaurier, hatten wir vorhin schon gehabt. Ja. Oder dass Sauerstoff eben ein Gewicht hat. Auch im Buch Hiob. Das wussten die Leute nicht damals in einiger Zeit. Da haben wir gedacht, Luft ist so Dingens. Hat kein Gewicht. Ja, dass Luft ein Gewicht hat, das wissen die Wissenschaftler erst seit Neuestem. Das sind wirklich wissenschaftliche Errungenschaften. Das wusste ich auch gar nicht, ist ja heftig. Ach, Mann. Vieles ist im Buch Hiob von diesen sogenannten Wissenschaften. Aber trotzdem gehen wir nicht damit hausieren. Ja, genau. Ja, wir gehen nur mit dem Zentrum des Glaubens, mit dem Herrn Jesus und seinen Opfern. Das ist das Wichtigste. Ob du daran glaubst oder nicht, dass Luft gewicht hat, was in der Bibel stand. Das ist deine Sache. Aber... Was ist denn da los? Mach dich mal weg, Armin. Da ist ein Prontosaurus-Rex hier. Abu, hältst du uns rechst? Abu, hältst du uns rechst? Das wäre üblich. Abusaurus war das gerade. Abusaurus nix. Abusaurus. Aus dem Wald gekommen mit langen Hals. Abusaurus, Abusaurina. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Die sind am Furzen und am Kacken machen und alles mögliche. Das ist doch nicht mehr normal. Was ist denn bloß los mit diesem TikTok hier? Nur am Kacken machen und pupsen. Ja, das sind die Ladies von heute. Wahnsinn. Lady Gaga. Diese Ladies sind heutzutage alle Gaga. Lady Gaga. Alle. Und vor allem die Lady Gaga auch. Vor allem die vorhin war hier. Lady Gaga. Wer mit euch? Hallo? Ich mach auch. Mein Gott, die kommen hier rein und die drücken einfach auf Dings und das ist unfassbar. Wir drücken ihn halt auf die falschen Knöpfe. Was willst du, Miami Arben? Warum machst du das? Miami Arbeno. Was willst du? Ist das nicht diese Puppe? Diese böse Puppe Annabelle? Ja. Die Exorzistenpuppe da, Annabelle. Ich glaube schon, ja. Aber sie hat auch Internet von ihrem Nachbarn geklaut, siehst du? Unglaublich. Was kostet eine Eildiskarte heutzutage? Keine 5 Euro mehr kosten. 15 Euro oder wie teuer sind die Dinge? Christofaschist. Was ist das für ein Name? Christofaschist. Guten Abend. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich für deine Familie. Euch auch, gleichfalls. Was das für ein Name ist, eigentlich haben wir das Thema doch gerade gehabt, vor einer halben Stunde gefühlt. Da ging es doch auch um Extremismus und das Ähnliche. Und Christofaschist ist der Name, der den Leuten gegeben wird, die eben halt extremst an Jesus Christus glauben. Und dieser Name wird an uns Leute verpasst, die eben halt von Leuten, die eben halt nicht an Jesus Christus glauben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ihr wollt einen Christofaschisten? Dann kriegt ihr einen Christofaschisten. Denn ich werde das Evangelium nicht verleugnen. Und meinen Herrn Jesus Christus auch nicht. Also sollen sie auch sehen, das, was sie benennen, dass es dann auch so ist und der Wahrheit entspricht. Aber naja, zum Thema. Ist eigentlich super, dass ich euch beide erwische, weil ich hänge da wieder ein bisschen in der Seile, was so ein Vers aus dem Alten Testament angeht. Und da würde ich gerne eure Meinung dazu hören. Und zwar passt das auch ganz gut zu der jetzigen Zeit. Wir haben ja jetzt Weihnachten und es werden ja Tannenbäume aufgestellt in den Wohnungen etc. Blablabla. Und in der heutigen Zeit ist es ja so, man fährt zum Baumarkt, kauft sich einen Weihnachtsbaum, kauft sich den passenden Schmuck dazu, der industriell hergestellt wird und schmückt ihn zu Hause. Früher war das ja nicht so. Früher gab es ja keinen Baumarkt. Da wurde das ja ganz traditionell. Ging dann der Vater der Familie mit den Kindern in den Wald und hat den Baum geschlagen. Und dann wurde der geschnippt und, und, und. Und da habe ich einen Vers gefunden und würde gerne eure Meinung dazu hören, was ihr von diesem Vers entnimmt. Wenn ich den kurz vorlesen darf, ist das okay? Ja. Oder schrengt das den Rahmen? Nein, mach. Nein, ganz klar. Ja? Okay. Und zwar steht hier, ihr sollt der Heiden Weise nicht erlernen und vor den Zeichen des Himmels nicht erschrecken, weil die Heiden sich vor ihnen fürchten. Denn die Satzungen der Heiden sind nichtig, denn ein Holz ist's, das man im Walde gehauen und das der Künstler mit dem Beile zurichtet. Er ziert es mit Silber und Gold und befestigt es mit Hämmern und Nägeln, damit es nicht wackelt. Gedrechselten Palmbäumen gleich sind solche Götzen. Sie können nicht reden, man muss sie tragen, denn sie können nicht gehen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können nicht schaden. Das hört sich an wie Allahs Himmelreich mit Palmen-PN hier ist. Er muss ihn tragen, weil er kann nicht von alleine stehen. Er muss ihn so tragen mit sich. Ja, aber worauf wolltest du hinaus? Würdest du sagen, dass das verboten ist, Weihnachten zu feiern, Weihnachtsbäume aufzustellen? Ja, verboten eher weniger. Für mich sagt dieser Vers, dass das Evangelium bzw. Jesus Christus und das Christsein eigentlich nicht unbedingt sehr viel mit Tannenbaum-Aufstellen zu tun hat. Ob es jetzt verboten ist oder eingestellt ist? Natürlich nicht. Das ist ein Tannenbaum-Aufstellen und so weiter. Das sind heidnische Gebräuche. Und stellt eigentlich dem Baum der Erkenntnis dar. Dann dieser Pentagramm an der Spitze des Sternen stellt der Lucifer dar. Und die ganzen Früchte, diese Kugeln an dem Baum symbolisieren die Frucht, die verbotene Frucht, von der man nicht essen durfte im Garten eben. Und dieser Kringelband um den Baum symbolisiert die Schlange um den Baum der Erkenntnis. Das feiern die Christen, die sogenannten Christen. Und sie müssen sich darüber bewusst sein, was sie da tun. Sie müssen Buße tun und diese Dinge sein lassen. Also können wir dann auch natürlich Schlussfolgern, wenn die Moslems dann gefragt werden oder die Imame gefragt werden, darf ein Moslem auf den Weihnachtsmarkt gehen oder sich einen Tannenbaum aufstellen? Eigentlich werdet er ja dann Jacke wie Hose, ob der Moslem das macht oder nicht. Weil es ist ja sowieso kein christliches Symbol in dem Sinne. Genau. Das ist aus dem Heidentum übernommen worden über die Jahrhunderte. Der Satan hat sich reingeschlichen und hat diese Symbolik in die Häuser der Christen reingebracht. Mit der Zeit sind die Christen dann halt langsam blauwarm geworden, so wie der Herr Jesus das auch sagt, nur von Baung 3, Vers 16, dass die Endzeit-Christen langsam blauwarm werden. Bede heiß noch kalt. Und das hat alles damit zu tun, mit diesen heidnischen Gebräuchen, Weihnachtenfeiern etc. Du darfst das nicht, du musst da der Welt absterben, wenn du mit dem Herrn Jesus wandelst. So war auch meine Erkenntnis. Also hast du mir eigentlich meinen Gedankengang damit nur bestätigt. Ja, dann würde ich nicht weiter euch die Zeit klauen und demnächst... Alles gut, mein Lieber. Gott ist mein Nieses anbefohlen. Gott beschütze dich. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir solche heidnischen Feste von der Welt mit den Weltmenschen nicht feiern. Der Herr Jesus hat ja nie gesprochen, dass wir seinen Geburtstag feiern. Hat er nie, aber er hat gesprochen, dass wir seinen Tod immer wieder an Erinnerung ab einem Abend. Ihr sollt meinen Tod verkünden, bis ich wiederkomme und nicht meinen Geburtstag. Das, was die Welt da draußen macht, diese katholische Kirche und dieses ganze Weihnachtsgedöns, das ist von der Welt. Das ist die Vermischung von der Welt mit Christentum. Da muss man sich reinigen, Buße tun und davon wegkommen. Ja, Lisa, wann machst du wieder ein heftiges Aufklärungsvideo, Lisa? Die Leute, die sind sehr, sehr genau wie ich auch sehr gespannt auf ein neues von dir. Ja, ich habe immer wieder mir vorgenommen, was zu machen, aber dann die Arbeit, die Familie, da bin ich so fertig am Wochenende, dass ich mal nur ein bisschen froh bin, mich ein bisschen auszuruhen. Ja, aber ja, gut, so war der Herr, mir hilft und ich Zeit finde demnächst, werde ich wieder was machen. Ich wollte den Film auch mal wieder, ich wollte mal die Verfälschung des Korans mal auf YouTube mal wieder raushauen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist vielleicht das Zentrum, weil wenn das richtig gut gemacht wird und authentisch ist und schön schlüssig alles zusammen, das kann richtige Detonation auslösen. Ja, weil sie müssen sich dann wohl oder übel mit den ganzen Fakten und Beweisen aus ihren eigenen Schriften auseinandersetzen. Es geht keinen Weg daran vorbei, das ist das Problem. Ja, der eine wird es machen, der andere wird das einfach ignorieren, damit der nicht ungläubig wird, beziehungsweise rauskommt aus dem Islam. Ja. Reza, bitte eine Analyse zu dem Film Leave the World Behind. Den Film kenne ich nicht, muss ich mir mal anschauen. Danke für die Info. Eifan ist live, ja. Lass mich bitte hoch, Gilgamesh, Mariam. Hallo? Ah, Left Behind. Den kenne ich, den Film. Es geht um die Entrückung, Left Behind. Mit Nicolas Cage, glaube ich, ne? Meinst du den Film? Hallo? Hallo, mein Lieber. Hallo, kannst du dich erinnern an mich? Nein. Ah, okay. Ich hatte eine Frage. Hm. Wer waren die ersten Gefährten von Mohammed, die den Islam angenommen haben? Das war Abu Bakr, Omar und Bilal und so. Gab es noch welche? Also, fünf waren es, oder? Ich weiß jetzt nicht alle beim Namen. Ich weiß nur, dass der Abu Bakr der Erste war. Sein Cousin, ich weiß nicht, war das sein Cousin oder sein Onkel, der Abu Hamza? Er hat ihm die Treue geschworen und einige wenige. Also, Bilal war auf jeden Fall der Erste, der zum Islam konvertiert ist. Ja, die Frage hat mir mein Islamlehrer gestellt. Ich war halt, das war halt die Prüfung, ob ich Fünfer habe oder Vierer. Und ich wusste nur Abu Bakr und ich habe fünf bekommen. Ja, da kannst du zwei Sekunden googeln, ist doch kein Problem. Ja, stimmt. Und der Islamlehrer meinte, dass wir nicht auf die Schechs und alles hören sollen und uns erstmal auf die fünf Säulen konzentrieren sollen, anstatt in die Quellen zu schauen, was richtig und was falsch ist und alles. Das fand ich komisch, als er meinte, dass wir nicht auf die Hodgers und die Schechs hören sollen. Jetzt? Ja. Hat er recht, nicht auf die Imame und Schihochs hören, genau. Hat er recht? Hat er recht? Ja, natürlich, wenn du auf die Imame und Schihochs hörst, die verarschen dich ja von morgens bis abends. Das ist ja das Problem. Die betrügen dich und lügen dich und wenn du noch kein Arabisch sprichst und die Arabisch sprechen, dann hast du natürlich verloren. Der Islamlehrer betrügt mich nicht. Boah, willst du das wissen? Ich frage dich ja. Ja, wie du sagst doch, er betrügt mich nicht. Aber woher willst du das denn wissen? Das weiß man nie, Islam, oder? So sieht es aus, denn du weißt ganz genau, dass die... Die Quellen, mein Lieber, sind ja da. Koran, Sunnah, Sira, alles ist da. Nur die Imame, die in Deutschland leben, die möchten nicht über diese harten Bestandteile des Islams reden, weil sie eben... Die legen sich ab. Nein, die kennen diese Sachen, die wissen, dass das auch richtig ist. Nur die werden es nicht in der Öffentlichkeit sagen, weil die keine Lust haben auf Abschiebung. Ich hatte noch eine Frage. Wenn man... Wenn man ein Christ ist und reich ist, wie sollte man dann leben als reicher Christ? Du musst verantwortungsbewusst mit dem Geld umgehen. Es ist dein Geld. Das ist freie Wille, was du mit deinem Geld machst. Aber du solltest natürlich das Geld einsetzen, wie zum Beispiel Epheser 4, spricht der Apostel Paulus davon, dass man eben arbeiten gehen soll und von dem Geld denjenigen geben soll, die bedürftig sind. Aber wie viel wird da nicht genannt, oder? Nein, das ist der Freie Wille des Menschen. Das ist ja nicht wie im Islam oder in anderen Religionen, wo du verpflichtet bist. Nein, es ist alles freiwillig. Du sollst das Gute tun, sagt der Herr Jesus. Tut das Gute, wo immer ihr könnt. Alles klar, das wäre alles. Ja. Ich gebe dir den Vers. Das ist, glaube ich, Epheser 4, 29. Epheser Kapitel 4, Vers 29 war das, glaube ich. Kein schlechtes Wort, soll aus dem Hund kommen. Es ist 29, 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu arbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Aber das war natürlich keiner, ne? Alle gehen zur Arbeit und geben das Geld für ihre eigene Sachen aus. Danke. Alles klar. Alles klar, und degne dich. Gott ist Frieden. Ich muss mich gerade noch mal korrigieren. Nein, die ersten, die zum Islam konvertiert sind, waren Khadija. Und dann haben wir hier die ganze Zeit weiter, dass da steht, dass Ibn Abi Talib und Abu Bakr dann die Nächsten waren. Ja. Kann man zwei Minuten, kann man eine Minute googeln. Aber der, 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 ähm, sag mal, der Bilal war mit, glaube ich, der erste Sklave, oder was, der zum Islam konvertiert ist, oder was, ne? Ich glaube schon, ja, solange ich mich eher an erinnern kann, ne? Ja, da gab es dann weiter Usman, Usman, Omar al-Khattab und wie die alle hießen, ne? Und diese ganzen Mujahideen, die dazu waren, kamen. Er war der Erste, der zum Gebet aufgerufen hat. Der Erste Mohizin in der islamischen Geschichte. Ah, okay. Mohizin und Schatzminister des islamischen Staates Medina. Bilal, der, 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 der Bilal, der war bis zu seinem Lebensende Sklave, ne? Ja, natürlich. Er ging ja in den Besitz von Abu Bakr über, glaube ich, nach dem Tod. Das ist so krank. Das ist so krank. Ich meine, da gibt es doch irgendwie so ein Hadith, oder in der Sira steht das, dass der Bilal seine Freiheit versucht hat zu bekommen. Und dann hat der Abu Bakr, glaube ich, das verwehrt, soweit ich mich erinnern kann. Das ist aber auch schon wirklich sehr lange her. Ja, weil er schwarz ist. Du weißt ja, wie die Schwarzen im Islam gelten, ne? Ja. Als das Allerletzte vom Letzten, ne? Ja, 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 ja. Ich lese das für die Leute mal vor, damit die genau wissen, wovon ich hier rede. Ja, du weißt ja, der Gebetsruf war mit einer der niedrigste Job, den keiner machen wollte, ne? Alle sind am Pennen und du musst aufstehen und die Leute zum Gebet rufen, ne? Ja, ja, ja. Keiner wollte den Job machen, ne? Ja, der arme Bilal musste dann dem Befehl folgen, auch wenn er nicht wollte, keine Lust hatte. Da musste er trotzdem dieses zu Gebet aufrufen. Guck mal hier. Bilal, der Nachrichtensklave. Sayy al-Bukhari, Band 4, Buch 52, Hadith 297. Bilal wurde befohlen, die Nachrichten unter das Volk zu bringen. Ähm, Allahs Gesandter sprach Bilal, steh auf und verkündige der Gemeinde, dass niemand in den Himmel eintreten will, solange er nicht ein Gläubiger ist. Und Allah es so will. Er, Allah, versorgt dieser Religion, den Islam mit schlechten Menschen. Sayy al-Bukhari, Band 8, Buch 77, Hadith 603. Bilal, der Kellner, drinnen und draußen. Sayy al-Bukhari, Band 5, Buch 59, Hadith 524. Der Gesandte Allahs befahl Bilal, den Lederteppich auszubreiten, auf den er, Bilal, anschließend Datteln, getrockneten Joghurt und Butter legte. Bilal, der wandelnde Geldbeutel. Sayy al-Bukhari, Band 3, Buch 38, Hadith 504. Der Prophet Allahs sprach, oh Bilal, zahle ihm den Preis des Kamels und gebe ihm dazu noch etwas zusätzliches Geld. Heftig, wiederum kommandiert wird, ne? Auch andere Leute kommandierten Bilal herum. Sunan Abu Dawud, Buch 2, Hadith 498. Hinterher sprach der Apostel Allahs, möge Allah auf ihn beten, oh Bilal, steh auf, wenn Abdullah ebn Said dir befohlen hat, etwas zu tun, dann tu es. Guck mal hier, Bilal bittet Abu Bakr um seine Freilassung. Schaut euch das bitte an, wie bösartig. Sayy al-Bukhari, Band 3, Buch 57, Hadith 99. Wie kann ein Afrikaner, der das liest, einmal überhaupt den Namen Islam mit Hamdullah und Haas nicht gesehen aussprechen? Reis berichtete, Bilal sprach zu Abu Bakr, wenn du mich für deinen Nutzen gekauft hast, dann behalte mich, damit ich dir dienen kann. Doch wenn du mich um Allahs Willen gekauft hast, dann schenke mir die Freiheit, damit ich Allah dienen kann. Unglaublich, ne? Der Typ ist zum Islam konvertiert, der Bilal, und blieb bis zu seinem Ende ein Sklave. Stockholm, guck in den Spiegel und sag das nochmal. Mach's gut. Tschüss. Was war denn da? Was hat er gesagt? Er hat auf Arabisch gesagt, so Punkt, Punkt. Also. Ja. Hey, sorry, dass ich gerade aus Versehen rausgegangen bin, Allah. Die Verbindung ist abgebogen. Ich schwör. Ich kann nicht lernen, ja. Und Amin. Ja. Könnten wir so eine Lehrer-Schülerbeziehung machen, du bist dann der Lehrer? Ich hab nur ein paar Prachtfragen, Abu. Aki, ahil kareem. Ahil kareem. Abu, vallad, du bist Habibi. Ja, du bist Habibi. Namir al-Mu'minin. Namir al-Mu'minin. Mein Name ist so muslimisch, das glaubst du gar nicht, ey. Kann sein, Allah. Aber guck, zum Beispiel. Ja, ist das nicht ein edler Name, Amir zu heißen? Kapitel 16. Ist das nicht ein edler Name, Amir zu heißen? Prinz, Prinz der Gläubigen? Kann sein, bro. Ich heiße Centat. Ich bin Grieche, Wallah. Ach, du bist Grieche? Aber egal. Ja, Grieche, Türke. Ist krass, ne? Aber, ja. Zum Beispiel, der Vers, auf den ich... Na ja, ich weiß, aber guck, in Leviticus Kapitel 16, Vers 6 bis 8 steht, dass Moses, so Schlachtopfer, früher die Juden, vor Jesus Christus, die haben ja Schlachtopfer gebeten für Gott, damit mit ihren Sünden quasi vergeben werden, richtig? Ja, in Leviticus Kapitel 16, Vers 6 bis 8 steht, dass Moses so Schlachtopfer gebrungen hat, aber für einmal für Gott und einmal für Azazel. Und ich habe mich dann beschäftigt, wer überhaupt Azazel ist, und in einem äthiopisch-orthodoxen Buch, ihr glaubt nicht daran, aber in Kapitel 8, Vers 1 steht, dass Azazel ein Name eines gefallenen Engels ist, sprich der Satan selbst quasi. Und wie erklärt ihr das? Weil ich verstehe das nicht. Eigentlich bietet man ja Schlachtopfer nur für Gott und nicht für so ein Azazel oder so. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Wie heißt das? Leviticus Kapitel 16, Vers 6 bis 8. Also, Leviticus Kapitel 16, Vers 6 bis 8. Also, drittes Buch Mose. Kapitel 16, Vers 6 bis 8. Kapitel 16, Vers 8. Ja, Jupp Kippur, da wurden halt dann zwei Ziegen beladen mit den Sünden des Volkes und in die Wüste geschickt. Das war das Fest. Ich lese mal vor. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor dem Herrn stellen an den Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke. Ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündenbock. Und das war's. Bei mir steht Azazel noch. Also einmal für den Herrn und einmal für Azazel. Dürfte ich das lesen? Was ist das für eine Übersetzung, was du da hast, mein Lieber? Das ist so diese Universität Innsbruck-Übersetzung. Ja, aber Azazel, wir können in den Urtext reingehen. Also Leviticus ist das für eine Buchlose. Ja, warte, ich kann sogar warte. Ich gucke nur kurz nach. Einfach mal vor, die Bezeichnung für diesen Bock. Der die Sünde. Also meinst du vielleicht Azazel, oder was? Azazel, oder was? Azazel. Sündenbock. Du kennst doch den neustheitlichen Begriff Sündenbock. Ja. Das ist eben dieser Bezug zu dem Fest Yom Kippur mit dem Azazel, mit dem Sündenbock. Da waren zwei Böcke. Der eine wurde geschlachtet, der andere wurde symbolisch mit den Sünden Israels beladen und in die Wüste geschickt. Und der ist aber Azazel? Azazel, was du meinst, ist einfach eine andere Sündenbock. Ah, okay. Okay, warte, Biblehub.com? Ne, ich hör zu, alles klar. Leviticus 16, 8. 6 bis 8, ne? Richtig. Daras wurde dann im Laufe der Zeit dann halt argumentiert, dass das eben ein Dämon sei, oder der Satan selber, Azazel. Deswegen zeigt sich auch der Satan eben als dieser Bock, als dieser Ziegenbock. Warum? Weil der Satan der Inbegriff der Sünde ist. Der liebt die Sünde. Also Azazel steht für den Teufel selbst quasi, richtig? Der Teufel benutzt diesen Sündenbock als sein Symbol, weil Israel eben den Dreck von Israel auf einen Bock geladen hat und dann diese Trennung raus mit der Sünde aus Israel. Und deswegen, weil der Satan das liebt, hat er das Gesicht als Symbol genommen, weil der Satan die Sünde ja liebt. Hier steht nichts von Azazel. Das ist irgendwas, was, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Im Urtext ist das nicht vorhanden. Ja. Das sage ich ja, in dem Laufe der Zeit wurde das so eben etymologisch so hergeleitet. Azazel, Sündenbock. Also du kannst selber nachgucken, ich lüge dich nicht an. Du kannst selber jetzt nachgucken, es gibt die sogenannte Seite bibelhub.com und da kannst du oben auf Leviticus, drittes Buch Mose, und dann gibst du Kapitel ein und dann auch den Vers. Und dann siehst du das dann nirgendwo in jedem einzelnen Wort, das ist ja Wort-für-Wort-Studie. Und dann siehst du das nirgendwo, wo dieses Azazel vorkommt oder so, einfach nur Sündenbock. Ja, weil das hat mich auch verwirrt, weil da direkt im nächsten Kapitel... Deswegen sage ich dir, die ist immer eine Schlachter 2000 oder eine Elberfelder, aber die Schlachter 2000 ist mit die beste Übersetzung, ne? Weil ich war auch, ich habe es deswegen gefragt, weil direkt am nächsten Kapitel, Kapitel 17, Vers 7 steht, sie sollen nicht mehr ihre Schlachtopfer für Boxdämonen schlachten, mit denen sie Unzucht treiben. Das gelte ihnen und ihren kommenden Generationen als feste Regel. Sprich, das hat mich auch unter anderem verwirrt, aber danke. Aber hat dich das nicht so fast so ein bisschen stutzig gemacht, dass der Gott immer symbolisch etwas zeigt, worauf er Bezug nimmt im Neuen Testament, beispielsweise mit dem Lamm und das Schlachten und Blut und alles Mögliche? Ist dir das nicht irgendwie komisch vorgekommen, dass Gott so eine Symbolik benutzt, dass Mose ein Lamm schlachten muss und das Blut des Lammes auf dem Türpfosten dran machen muss? Und wo das Blut des Lammes ist, der Zorn Gottes vorbeigeht? Ich habe mich nicht so viel damit befasst, ich bin ehrlich, ich bin so... Aber was für eine Symbolik steckt dahinter, auch wenn du dich jetzt nicht so viel damit befasst hast, was für eine Symbolik könnte dahinter stecken? Lamm, Opfern, das Blut des Lammes... Du meinst damit, dass Jesus quasi als Lamm gilt? Ja genau, das ist der Symbolik. Dass er dafür gestorben ist für die Ewigkeit. Ja. Sehr gut. Na, na, ich check schon, worauf du hinaus willst. Du siehst also, dass Gott einen sogenannten Copyright setzt in seine Geschichten. Du kannst nicht einfach daherkommen, eine neue Religion gründen, die auf die Bibel fußt und die ganzen Geschichten im Alten Testament aber außer Acht lässt, weil Gott ein Copyright da reingesetzt hat, damit sowas nicht vorkommt. Damit wir die Religionen, die sich versuchen darauf zu beziehen, entlarven können. Verstehst du? Genau, damit wir den Fake erkennen können. Damit, du hast das ja auch damit bestätigt, indem du auf das Alte Testament zugreifst, zum Beispiel die fünf Bücher Mose, und daran glaube ich ja nicht. Durchgründe zum Beispiel. Aber dein Prophet hat daran geglaubt. Aber dein Prophet hat daran geglaubt. Aber zum Beispiel eine weitere Frage, dann kommen wir... Der Prophet hat seine Hand drauf gelegt und auf die Tora geschworen. Kann sein, Allah-u-Alam. Wenn du jetzt eine Hadith zeigst, musst du mich dann... Warte, hör mal zu... Vielleicht gibt es eine Dingserklärung, du kannst mir Hadith nennen. Nächstes Mal, wenn ich live gehe, können wir damit reden. Aber ich will jetzt so über die Authentizität des Alten Testaments gerne reden. Wenn das geht, natürlich. Zum Beispiel... Ich will dir nur aus der Perspektive deines eigenen Propheten... Weil du bist ja Muslim. Wenn du also sagst, dass du nicht an das Alte Testament glaubst, die Tora, die fünf Bücher Mose, so hat dein Prophet selber zu den Juden gesagt, bring mir die Tora. Er hat die Tora genommen, auf ein Kissen gelegt und gesagt, ich schwöre bei dem, der das herabgesandt hat. Ich glaube an dem und an das Buch, wer das herabgesandt hat. Der hat damit bezeugt, dass die Tora authentisch ist und nicht verfälscht ist. Das heißt, du bist besser als dein eigener Prophet? Nein, warte mal. Aber kannst du mir Hadith nochmal geben? Ja. Sondern Abidawut, Hadith 4449. Hat man mich noch? Ja. Achso, Entschuldigung. Kannst du dein Handy aufmachen? Ich schreibe den Hadith auf. Nächstes Mal, wenn ich live bin, können wir dann darüber hinzuschauen. Du kannst das jetzt aufschlagen, damit du das siehst. Auf, wegzulaufen. Guck mal, was die Gelehrten zu dem Hadiths sagen. Guck mal, was die Gelehrten zu dem Hadiths sagen. Hör mal bitte an, was die Gelehrten dazu sagen. Hör, hallo. Ja, tamam. Einen Moment. Hör dich, Amir, alles gut. Amir. Amir al-Mu'minin. Aber mach schnell bitte, Wallah, ich schwöre bei Allah, ich hab richtig wenig. Mach 5%. Ich mach schon, mach dir keine Sache. Sprich, Wallah, ich geh dann raus. Ich hör dir noch zu. Die Shisha aber macht zu, Amir, schnell. Ja, schnell, ich bin Moschea. Ich aber, jetzt gleich zu, sonst verpasst du die letzte... Wallah, ich bin eine Moschea, was du sagst. Ja, nein, war Spaß. Alles gut, alles gut. Kannst du nochmal Hadiths sagen? Hier ist das. Eine Gruppe jüdischer Menschen lud den Gesandten Allahs in ein Haus ein. Als er kam, fragten sie ihn, O Abu Ghazim, einer unserer Männer hat Ehebruch mit einer Frau begangen. Wie fällt dein Urteil gegen ihn aus? Also legten sie ein Kissen und baten den Gesandten Allahs, sich darauf zu legen. Dann sagte der Gesandte Allahs, bring mir die Tora. Als sie es brachten, entfernte er das Kissen unter sich, legte die Tora darauf und sagte, ich glaube an dich und an den, der dich offenbart hat. Wenn die Tora verfälscht ist, wie kann Mohammed auf ein verfälschtes Buch schwören und Glaube? Anstatt der zu den Juden sagt, ey, eure Tora ist verfälscht. Da sind ja noch Sachen, die übereinstammen mit dem Koran. Und vielleicht, es kann ja verschiedene Erklärungsansätze, ah, warte, guck. Mein Lieber, lass mich nicht ausrasten. Wenn ein Buch verfälscht ist, würdest du auf ein verfälschtes Buch schwören? Nein, würde ich nicht. Dankeschön. Und deine Gelehrten sagen, die würde ich nicht. Achtung! Aber die Gelehrten sagten, wenn die Tora verfälscht wäre, hätte er sie nicht auf das Kissen gelegt und er hätte nicht gesagt, ich glaube an dich und an den, der dich offenbart hat. Diese Gruppe von Wissenschaftlern sagte auch, Allah sagte, und das Wort deines Herrn ist wahrhaftig und gerecht erfüllt worden. Es gibt niemanden, der seine Worte ändern kann. Und er ist der Hörende und der Wissende. Koran, Surah 6, Vers 115. Und die Tora ist Allas Wort. Die Bibel wurde bestätigt und die Tora ist akkurat und ihr schwebt in allergrößter Gefahr, weil Gott sich geoffenbart hat und ihr werdet noch zur Rechenschaft gezogen. Aber kannst du nochmal die Nummer geben für Hadith, Bruder? Ja, Sunan Abidawud, Hadith 4, 4, 4, 4, 9. 4, 4, 4, 9. Nein, dreimal die 4, 9. Tamam. Nächstes Mal reden wir dann darüber, Inshallah. Und noch über Dings. Aber jetzt kann ich nicht, weil ich habe nur noch sehr wenig Akku. Ich schwere, Inshallah komme ich dann nochmal, wenn ich dann noch liebe. In der Leib. Aber überlegst du nicht selber, kann man Gottes Wort verfälschen? Kann man nicht. Dankeschön. Weil Gott ist perfekt. Wie soll man von den Allmächtigen, warte, wie kann man von den Allmächtigen, der die Macht hat, die Worte verfälschen, wenn er es nicht will? Sehr gut. Wenn er es nicht will, warum sollte er es denn wollen, dass die Menschen sein Buch verfälschen, seine Worte verfälschen? Vielleicht schreiben es selbst. Also irgendwo verkaufen, dann ist es als Wort Gottes. Würde Gott das zulassen? Oder es ist sein Wille, man versteht ihn nicht zu ganz. Wie soll er denn die Menschen richten, wenn er sein Gesetzbuch verfälscht wird? Da kann ja jeder kommen und sagen, ja, dein Buch war verfälscht. Was soll ich denn wissen, was richtig und was falsch ist? Und dann muss Gott die Leute immer abwinken und sagen, ja, stimmt, du hast recht, ich habe ja Fehler gemacht, also kann ich dich ja nicht richten. Du kannst das ja nicht wissen, was richtig und was falsch war. Ja, alle in den Paradies. Was ist das für ein Gott? Ja, siehst du, du lachst selber, weil es dumm klingt, siehst du? Nein, ich verstehe nicht. Also können wir nicht Allah vertrauen, du vertraust gar nicht deinem Gott, das ist ja das Problem. Man kann diesen Allah nicht vertrauen. Aber lass bitte, dann nächstes Mal, auch über die Authentizität, so wissenschaftlich jetzt, so abgesehen vom Koran und Christentum, lass du objektiv über die Authentizität der Tora dann reden, die fünf Bischemose, das wäre dann mein Grund. Gibt es denn zum Beispiel, gibt es denn zum Beispiel... Bruder, ich muss jetzt gehen. Ich schwöre, Bruder, ja. Wala, ich gehe jetzt. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Aber warte, schönen Abend und ich küsse dich und dich in deiner Familie. Ich komme nächstes Mal, tamam. Wir leben, können wir reden. Reza, der Allah kopiert seine heiligen Verse von einem Menschen namens Omar ibn al-Khattab, Reza. Ja. Reza, das ist so abgefahren. Sayyid Bukhari 402. Diesmal. Guck mal hier. Berichtet von Omar ibn al-Khattab. Mein Herr stimmt mit mir in drei Dingen zu. Als die Frauen des Propheten eine Einheitsfront gegen den Propheten bildeten, sagte ich zu ihnen, Vielleicht wird sein Herr ihm, wenn er sich von euch scheidet, an eurer Stelle bessere Frauen als euch geben. Also Omar sagt diesen Satz. Ja. Also wurde dieser Vers derselbe, wie ich gesagt hatte, offenbart. Suche 66 Vers 5. Wir gehen in den Koran rein. Das ist so krank, ey. Suche 66 Vers 5. Wenn er sich von euch allen scheiden ließe, würde sein Herr euch vielleicht durch bessere Ehefrauen ersetzen. Ja, ja, ja. Allah nimmt von... Leser, der Vers von Omar ist im Koran gelangt. So wie er das gesagt hat. Ja, ja. Nichts Jemreel und Mohammed. Nein, nein. Nein. Absolute... Das ist das aller... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Beweis. Sehr, sehr guter Beweis. Das ist so... Derselbe arabische Satz wie im Hadith ist auch im selben Satz im Koran gelandet. Ist Mariam hier drin, ne? Mariam. Mariam, bist du da? Wo ist die Mariam? Ich muss die mal hier... Was ist im Bett holen? Ja. Damit sie das vorliest für alle. Ne, nur... Amir ist Kalifornier. Der ist am Strand von Kalifornien geboren. South Beach, Los Angeles. Als Gangster-Rapper. So, Mariam kommt jetzt rein. Damit wir das auch direkt haben. Damit die Leute das auch direkt sehen. Sie kann es dann direkt vorlesen. Das ist so krank. Ich habe es straight out of Campton. Wie easy ich. Direkt Long Beach geboren. Kalifornien. So, Mariam kommt jetzt rein. Mariam? Gottes Segen, hallo. Gottes Segen, Frau Schwester. Hallo, Mariam. Salam al-Masih, hallo. Salam al-Masih, ja, Amen. Mariam, kannst du mal bitte die Sura 66 Vers 5 aufschlagen? Mhm. Sofort. Ja. 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 Schaut euch diesen Betrug an im Islam, im Koran. Der Koran ist ein menschengemachtes Werk. Okay. Ja, eyyohannabiyu, lima tuharrimu ma achallallahu laka, tabtaghi marvatu azwajika wa allahu ghafurur rahim. Okay. Ja, genau. Diesen einen Satz. Hier, guck mal. Vielleicht wird sein Herr ihm, wenn er sich von euch scheidet, an eurer Stelle bessere Frauen als euch geben. Dieser Satz ist von Omar ibn al-Khattab. Jetzt geh mal bitte zu Sai Bukhari 402. Soll ich dir das schicken? Ich schick dir das hier. Oder möchtest du selber eingeben? Sai Bukhari 402. Ja, nochmal, nochmal. Bukhari 402. Schau dir das an. Der selbe Satz, wie Omar ibn gesagt hat, ist im Koran drin. Die Weisheit von einem Menschen ist die Weisheit von Gott. Ja, das ist halt direkt auch ein Riesenfehler. Da sieht man eben, dass der Koran, da ist alles da reingeflossen. Ein bisschen von da, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Jeder hat so ein bisschen das reingemischt. Was der Bukhari angerichtet hat, sei Bukhari, sei Muslim und so, es ist unglaublich. Es ist so, wie es ist. Du kannst diese Sachen nicht verstecken. Also, oberflächlich kannst du den Islam halt so annehmen, was auch immer. Aber wenn du ein bisschen in die Tiefe steigst, dann haben wir Riesenprobleme, tun sich da auf. Riesige Widersprüche, Fehler und so weiter. Der letzte Satz, gehen wir bitte ganz nach unten. Und da steht, it may be, if he, the prophet, divorce. Geh mal bitte runter. Ja. And now divorce it you, that this Lord, also Allah, will give him instead of your wives better than you. Und weiter. So this verse, same as I had said, was revealed. So, jetzt gehen wir unten auf den arabischen Text, hier unten im arabischen, Mariam. Ja. Guck mal, wie das dort heißt. Zieh dir das mal bitte rein. Das ist so krass. Auf den arabischen Text, hier gegenüber. Genau. Genau, in Sai Bukhari. Und jetzt vergleiche ich ihn mal mit Zuge 66, Vers 5. Genau derselbe Satz, genau der Wortlaut. Richtig, Ami. Ich sehe das gerade heftig. Heftig, ne? Ja. Jetzt musst du die Zuge 66, Vers 5 nehmen, diesen Satz. Vielleicht wird Allah euch etwas Besseres geben, so wie es da steht in Zuge 66, Vers 5. Ja, genau. Wenn er sich von euch scheiden ließe, würde sein Herr euch vielleicht durch bessere Ehefrauen ersetzen. Und jetzt schau dir mal im Hadith und vergleich das mal in diese Zuge 66, Vers 5. Ein und derselbe Satz da reingeflossen. Ja, das ist das ein und derselbe Satz. Also, liebe Muslime, er sagt kein Quatsch. Amir sagt hier die Wahrheit. Ich habe es gerade geguckt, nachgeschaut. Das ist ein und derselbe Satz. So sieht es aus. Und ich kann es dir hier nochmal schicken auf, äh, links, warte. Kopieren. Jetzt kannst du das jetzt nochmal, äh, kannst du das deinem Mann oder jemandem schicken, damit du das vorliest? Ich schicke es dir gerade auf, äh, links. Guck mal bitte. Aha, ich hab's, warte mal, ich schicke das weiter dann. Genau. Guck dir mal bitte die, äh, zwei arabischen Sätze an. Den, äh, den arabischen Satz aus dem, äh, Koran und dann den Satz, den Omar ibn al-Khatab in Zai-Bukhari da erwähnt. Das ist so krank. Schösser, das ist einfach der Wahnsinn, ne? Ja. Das ist auch ein, ein Riesenbeweis, ne? Dass das nicht das Wort Allah ist, sondern jeder hat was geredet und das ist da rein, das ist da irgendwie reingeflossen. Absolut krank. Ja. Das ist das, ja, schließt das gerade, ich sehe es, ja. Ja, genau, lies das den Leuten vor, Sura 66 Vers 5, den arabischen Satz, und dann lies mal, was Oma da drunter sagt, guck mal. Dieser Text, den ich dir geschickt habe, äh, Mariam. Geh mal bitte runter, scroll mal ein bisschen weiter runter, und dann siehst du, dass ich dort diese zwei Sätze hinzugefügt habe. Die sind im arabischen. Guck mal bitte. Was heißt er? Asarabbah, du hast es auch, genau. Asarabbah, intallakunna, en yubadilahu azwejan khayran minkunna. Und dann Umar ibn al-Khatab sagt Asarabbah, antallakunna, en yubadilahu azwejan khayran minkunna. Wow, heftig, ne? Ja. Islam zerbombt, das war's. Das war's, das war's. Es gibt nichts mehr zu sagen, heftig. Heftig, ne? Ein menschengemachtes Buch. Die Worte von Umar sind die Worte von Allah. Guck dir das mal bitte an. Richtig, ganz genau. Menschgemachtes Buch, heftig, Amir. So ist das. Ganz einfach kann man den Islam entlarven. Ich muss immer an Pia Vogel denken, der nach Saudi-Arabien gereist ist. Das Ganze studiert hat und alles. Und dann sieht der nicht die Fehler in diesem ganzen Wirrwarr. Das ist für mich so unvorstellbar, ne? Ja, die haben, was soll ich sagen, irgendwas auf den Augen, dass sie wirklich nicht sehen können, die Wahrheit nicht erkennen können. Stolz. Das ist ja voll mit Widersprüchen, der Koran und die Hadith und alles. Das merkt man, das sieht man da schon, dass es menschengemacht ist und niemals von Allah sein kann. Also, ich meine nicht von Gott. Das ist ja Allah, Satan, ist ja klar im Koran. Ja, das ist heftig. Okay, danke dir, Mariam, ja? Sehr gerne. Gott segne dich und deine Familie. Jede Zeit, ja? Gottes Segen. Gottes Segen. Seht ihr? Ist das krank, ist das krank, ne? Armin, lies bitte Johannes 8, 58 vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, Abraham, wart, bin ich. Ich bin, ist ein Titel Gottes aus 2. Mose 3, Vers 14. Da stellt sich ja Gott Israel mit diesem Titel vor. Ich bin, der ich bin. Hallo. Danke. Nein, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Hallo, ich bin Christ. Ich habe nur eine Frage, was ihr da gerade mit dem Hadith, wie meint ihr das, was beweist es, dass das von einem Menschen in den Koran gekommen ist oder wie, dass ich das auferstehe. Ja, also der zweite Kalif im Islam, der Omar ibn al-Khatab, hat in dem Hadith von Bukhari, hat er drei Dinge gesagt, mit denen Allah mit ihm übereinstimmt. Also die Weisheiten von einem Mensch nimmt der allmächtige Gott, der alles erschaffen hat und alles kennt, nimmt von ihm an. Kannst du dir das vorstellen? Aha, okay. Ja, und dann heißt es in dem Hadith unten als der letzte Satz, so wie ich es gesagt habe, wurde es auch überliefert. Und genau der arabische Satz, den Omar ibn al-Khatab gesagt hat, ist im Koran gelandet. Okay. Jetzt verstehe ich. Kannst du sagen, dass das von Gott ist, dieses Buch? Ja, gut. Ich bin ja Christ. Ich glaube ja eh nicht. Du bist ja Christ. Aber würdest du sagen, dass das dann auf einmal Gottes Wort ist, was in Ewigkeit bei Allah in seiner Steintafel da steht, ist auch völliger Blödsinn. Die muslimen lügen und betrügen werden. Okay. Das heißt, ja, okay, jetzt habe ich das verstanden, weil ich habe vorhin nicht verstanden, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll. Okay. Ja, Allah darf doch nicht seine Verse von irgendeinem Menschen kopieren und das als göttliche Inspiration Mohammed geben. Das ist ja Quatsch, so was. Das ist ja Blödsinn. Und wie viele Hadithe gibt es denn da überhaupt? Gibt es da tausende, oder? Ja, unzählige. Okay. Ja, unzählige. Wie viele Bänder sind alleine Bukhari und Muslim, diese zwei riesen Hadith-Sammlungen? Okay. Und dann kommen noch die anderen kanonischen Bücher. Und dann nehmen wir Davud, Musnad Ahmad. Okay. Ja, das ist schon verwirrend. Und Maja, Attyrmedi. Ja. Also ich finde es auch überzeugend zu sagen, die Bibel, die kann nicht verändert worden sein, weil wieso soll Gott ein Buch oder eine Offenbarung an die Menschen geben und dann zulassen, dass das nachher noch verändert wird? Das macht für mich auch überhaupt keinen Sinn. Ja. Natürlich nicht, weil da könnte jeder kommen und sagen, ja, das ist doch, du hast doch dafür gesorgt, dass dein Buch nicht für mich halt fehlerfrei dargelassen ist. Ja. Soll ich dir ein bisschen was, was du willst? Ja. Da hätte jeder im Gericht vor Gott, könnte jeder sagen, geh mal weg, beiseite Gott. Ja. Lass mich durch. Ja. Und du musst das durchlassen. Ja. Gott musst du durchlassen, weil keiner kann sich auf die Fehler des Gottes auf der Erde dann halt, also könnte sich ja nicht darauf beruhen, der Gott. Ja. Auf sein fehlerhaftes Werk. Und damit ist es. Ja, wo du in das Gesetzbuch. Ja? Da steht auf der einen Seite, du sollst nicht über die, wenn jemand die Straßenverkehrsordnung missachtet, soll so und so viel Strafe sein. Und in der nächsten Seite steht, wer die Straßenverkehrsordnung missachtet, soll freigelassen werden. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Wie sollst du richten vor Gericht? Vor allem menschliche Bücher sind in der Geschichte erhalten worden. Also nicht religiöse, ja, Shakespeare und was weiß ich, Goethe. Und Gott würde es nicht schaffen, sein Buch unverändert zu lassen. Also das macht für mich auch überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Da sieht man eben, dass die Muslime sich darüber keine Gedanken gemacht haben, wenn sie sagen, das Buch, das Wort Gottes ist verfälscht. Damit implizieren sie indirekt, dass ihr Gott fehlerhaft ist, dass er nicht allmächtig ist, um sein Wort zu bewahren. Der ist nicht mehr vertrauenswürdig, dieser Gott. Ja, ja, klar. Wenn er einmal sozusagen verfehlt hat, dann ist es vorbei. Wir Menschen, wir verfehlen uns oft, weil wir eben nicht vollkommen sind. Aber wenn wir von einem vollkommenen Gott ausgehen, dann darf der keinen Fehler machen. Der darf kein Fehler sein. Und vor allem, was soll das, dass Gott ein Buch bringt, oder sagen wir mal die Tora, das Neue Testament, und dann muss er nochmal eine Offenbarung bringen, wobei in der Bibel ja schon alles drinsteht, ja. Also, das macht... Dieses Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr. Ja. Ja, wer einmal verfehlt, ist ein fehlbares Wesen. Da ist ein Vertrauensbruch da. Ja, klar. Wir reden hier von einem Gott, nicht von einem, was weiß ich, einem Tim oder Jens oder Mehmet. Ja. Tim ist jetzt Mehmet. Bist du auch Ex-Muslim, Reza? Ja, 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 genau. Wie mein Bruder. Weil dein Name klingt so muslimisch zumindest, ja. Ja, ja, ja. Ich komme aus einem islamischen Land, islamischen Background, und irgendwann mal mit 14 oder so habe ich dann Islam verlassen. Ja, ja. Okay. Ja, gut. Das wollte ich nur mal wissen. Wenn ihr diese Beweise, weiß ich nicht, habt ihr die mal irgendwo schriftlich in einer PDF oder so? Ja, ich habe eine Gruppe gegründet. Ich habe eine Gruppe gegründet auf WhatsApp. Und wie kann man da teilnehmen? Jemand kann ja den Link hier reinschicken. Ich schicke den auch nochmal in meine, sag mal schnell, Instagram-Story mache ich das auch wieder rein. Ja, okay, alles klar. Ja. Also gut, dann... Ja, lieber Gott segne dich und deine Familie. Mach's gut, ich auch. Ja, ciao. Tschüss. Gott, andere Folgen. Ciao, ciao. Also ganz, ganz wichtiges Thema mit dieser Verfälschung. Gott darf nicht sein Wort verfälschen. Sonst ist er nicht mehr imstande zu richten. Ja. Der Mensch hätte jede Ausrede zu sagen, ja, du hast so dein Wort nicht bewahrt, worauf soll ich mich stützen? Ja. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Einmal verfehlt, ist er nicht mehr ein vollkommener Gott. Ja. Wir Menschen können unsere Bücher verfälschen, Fehler machen, ändern, korrigieren, radieren und Fehler machen und sagen, ja, ich habe Fehler gemacht, jetzt mache ich es besser. Weil sie fehlbare Wesen sind, aber ein unfehlbarer Gott. Sein Wort ist von Ewigkeit zu Ewigkeit vollkommen und unveränderbar. Amen. Hallo, meine Liebe, hallo. Du bist von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Hallo. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnen. Will ich dich ablenken. Ich will dich hier verschenken. Du sollst dich nicht verrenken. Du sollst dich nicht verrenken. Du sollst dich nicht verrenken. Das ist heftig, ne? D-O-double-G. D-O-double-G-Z-Z-Z-Z-Z In der Frizzel Mit der Allah's Nizzle Mit der Chizzle Schizzle, Wizzle, Diesel Hallo, Gottes Segen. Hallo, liebe Olli. Mir ist noch was aufgefallen. Mir ist noch was aufgefallen. Und zwar, guck mal, der Herr Jesus hat es nicht zugelassen, dass die, okay, die Muslime degradieren natürlich den Herrn Jesus und sagen, dass er nie gekreuzigt wurde und so weiter und so fort. Aber der Herr Jesus hat niemals zugelassen, dass sie ihn so degradieren, dass die, nee, warte mal, ich muss es anders sagen, die hätten ja auch sagen können damals, dass er nie Wunder getan hat, dass er, sie könnten ihn noch heftiger degradieren. Aber das hat der Herr Jesus niemals so zugelassen. Das ist heftig, dass er das so zu sagen, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Nee, nicht ganz. Nicht ganz, ja, warte mal, ich kann mich gerade nicht auszeigen. Du meinst also argumentativ überrumpeln lassen, meinst du? Ähm. Nee, eben hatte ich das besser, ey, auch im, im, im Kopf. Ja, sonst komme ich gleich nochmal hoch, sorry. Okay, okay. Wenn ich nochmal, ich muss nochmal kurz in mich gehen. Ja, ja, okay. Damit du das nicht vergisst, denn wenn du den Faden verlierst. Ja, aber manchmal ist das dann immer so schnell weg, sorry. Äh, okay. Alles klar. Okay, vielleicht bis später. Gott segne euch alle. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, es ist spät, ne? Die Konzentration lässt nach. Ja, ganz genau. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auf unser Gott verlassen. Gott ist unser Fels. Ja, wie es auch schon schön im ersten Buch Samuel so auch vorkommt. Gott unser Fels, worauf wir Fuß fassen und uns, also wo es nicht wankt, wo vollkommen festen Stand haben. Unverrückbar. Auf einen Gott, den man sich verlassen kann. Was ist das für ein Gott, auf den man sich nicht verlassen kann, der wackelig ist? Versteht ihr? Wie soll man einem vertrauen, der sich selber nicht vertraut, der selber auf Wackelfüßen steht? Da vertraue ich doch lieber mir selber, anstatt einem anderen, der selber Wackelfüße hat. Ich selber bin wackelfüßig, also muss ich mich doch auf jemanden verlassen, der nicht auf wackeligem Boden ist, steht. Und Gott ist eben unverrückbar. Gott ist wie ein Fels fest. Und wenn wir darauf stehen, uns darauf stützen und ihm ganz vertrauen, mit ganzem Herzen, mit ganzem Glauben, kommen wir durch. Nur wenn wir anfangen und sagen, ja, sein Wort wurde verfälscht. Er kann es nicht bewahren, sein Wort. Und dann fangen wir an zu zweifeln, an Gottes Allmächtigkeit. Dann haben wir unser Vertrauen. Was dem Ganzen ja noch einen draufsetzt, ist, dass Allah einfach den Juden und Christen aufträgt, das auf sein Buch aufzupassen. Schau dir das mal bitte an. Jetzt glaube ich wieder, weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Guck mal, und zwar der Mohammed und seine Anhänger, die hätten ja auch sagen können und in den Schriften festhalten können, dass der Herr Jesus auch von morgens bis abends ein Sünder war und gesündigt hat und so weiter und so fort. Hätte er machen können, aber ist nicht geschehen. Das hat der Herr nicht zugelassen, sodass überall bekannt ist, auf der ganzen Welt, in allen Schriften, dass er der Einzige ist und bleibt ohne Sünde. Und dass man selbst aus dem Koran und den Schriften ja deutlich wird, dass er Gott ist. Wir haben ja auch schon, ob das bewiesen hat. Ja, genau. Dass die ihn nur bis zu einem gewissen Grad, dass der Herr erlaubt hat, dass sie ihn degradieren, aber dennoch hat er nicht zugelassen, dass die Muslime über ihn sagen, dass er Sünden hat. Ja, genau. Sehr gut. Ja, allein wenn wir uns nur Surah 4,171 anschauen, sehen wir die Parallelen zu Johannes-Evangelium. Das Wort, also Allah, das Wort und sein Geist. Woher kommt das? Woher? Hört sich sehr, sehr christlich an, ne? Der Logos, das ewige Wort, womit Allah das Universum alles geschaffen hat. Kun feia kun. Er sprach, sei und es ist. Und dann sehen wir, dass Allah alles durch sein Wort geschaffen hat. Und so sagt uns der Apostel Paulus, denn alles wurde durch Jesus Christus entstanden. Alles ist durch das Wort, durch Logos erschaffen. Johannes Prolog, genau. Und das ist auch irgendwie im Koran gelandet. Heftig, ne? Ja, es ist eine Mischmasch, ja. Ein Wahnsinns-Mischmasch aus Bibel, Neues Testament, Altes Testament. Und das kann nur jemand machen, der eben nicht den Heiligen Geist hat und die Dinge nicht vernünftig ordnen kann. Also aus dem Alten und Neuen Testament. Sondern einfach nur wild einen Satz da nimmt, ein bisschen so nachdenkt und dann einfach im Koran tut. Und versteht es nicht, dass da den Fehler reinkommt. Der Isa ist der Einzige, der das Wort von Allah ist. Der Einzige, das spezielle Wort von Allah. Und sein Geist. Ja, Geist Gottes ist Gott selbst. Geist Gottes ist Gott selbst. Ja, natürlich. Traurig, 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 traurig. Ja. Okay, alles klar. Das war es dann auch erstmal von mir. Ja, Amen. Es beginnt mit dem Gott der Bibel und es endet mit dem Gott der Bibel. Es sagt, Herr Jesus, ich bin der Anfang und das Ende. Erste Buch Mose, Anfang. Herr Jesus, warte da, bei der Schöpfung. Es endet mit Offenbarung 22, die Bibel, das Ende. Der Geist und die Braut sagen, komm, Herr Jesus. Und dann ist Ende, die Bibel. Amen, Amen. Der Anfang und das Ende. Und danach kommt nichts und davor auch nichts. Vor Gott gibt es ja nichts. Er ist der Anfang. Die Muslime müssen nur über den Satz nachdenken, wer der Richter ist. Ist das entweder ihr Gott oder ist das Jesus Christus? Unglaublich. Ja, wie gesagt, ich würde auch noch als Abschluss sagen, an alle, die so ein bisschen am Überlegen sind. Ich war, wie gesagt, selber Hardcore-Arteist und habe mich in mein Kämmerlein eines Tages dann eingeschlossen und einfach mal gefragt, ob es den Gott gibt. Er hat sich mir offenbart und da kann ich auch jeden Einzelnen ans Herz legen, auch wie Reza und Amir immer wieder sagen, fragt einfach nach Gott, weil unser Gott ist lebendig und er wird sich euch zeigen. Wenn ihr aus tiefstem Herzen sucht, dann wird er sich euch zeigen und offenbaren und dann werdet ihr auch den Weg zum Herrn Jesus finden. Amen. So ist das. So ist das, ja. Ich sage immer, leg die Karten auf den Tisch. Wenn Allah Gott ist, Allah wird sich melden und euch zu sich holen. Wenn Jesus Christus Gott ist, wird er sich melden und euch zu sich holen. Wenn Buddha Gott ist, dann wird Buddha sich bei euch melden und euch zu sich holen. Und wenn kein Gott da ist, dann wird keiner sich melden. So einfach ist die Sache. So einfach. Aber es wird sich jemand melden, 100%. Jemand wird euch führen auf einmal, auf unsichtbare Art und Weise zu irgendwas. Wobei, man muss auch, glaube ich, aus dem tiefsten Herzen auch fragen, weil der Herr sieht, okay, dieser Mensch fragt zwar, aber der ist halbherzig. Auch wenn ich ihm Zeiten geben werde, der wird sich nicht bekehren. Aber wenn er wirklich aus tiefstem Herzen sucht, dann ist es noch was anderes. Der Herr kann ja in sein Herz gucken, ob der wirklich fragt oder ob es nur so ein lauwarmes Gefrage ist. Ja, das ist das Problem. Der Mensch muss erst mal nicht frech sein, sondern demütig fragen. Weil du in dem Moment, wo du ihn fragst, den Gott, du trittst in Kontakt mit dem allmächtigen Gott. Und wenn du respektlos da rangehst und sagst, ey, der soll sich mal zeigen, dann zeige ich ihm mal. Da wird der Herr sich ganz bestimmt so einem hochmütigen Menschen nicht zeigen. Aber wenn jemand wirklich demütig, respektvoll zum Herrn, also zum Gott betet, wird Gott ihn erhören und sich ihm offenbaren. Ganz klar. Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen gibt er Gnade. Schenkt der Gnade, ja. Das ist ganz wichtig. Einfach respektvoll. Ihr seid ja auch respektvoll zu eurem Chef. Und das ist ein Typ, der auf die Toilette geht und durchwallert. Und zu dem so einen Typen sind die respektvoll. Der sterblich ist. Aber zu dem allmächtigen Gott, der alles erschaffen hat, da sind die auf einmal komisch, da sind die auf einmal nicht so respektvoll. Und das ist ein bisschen komisch, finde ich. Aber im Grunde genommen hast du natürlich vollkommen recht, lieber Olli, so muss das geschehen. Genauso ist das. Und der Herr wird sich dem offenbaren. Und das ist wunderschön, wenn Gott dich auf einmal zu sich holt, dann ist es unglaublich. Wenn du dann den allmächtigen Gott erkennst und du weißt, dass er lebt und dass er dich führt. Ja, eben. Er führt und lenkt mich und hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Im positiven Sinne 180 Grad. Also wirklich auch die Sündenerkenntnis und alles, was dazu gehört. Ja, ich bin einfach unfassbar glücklich auch, dass ich weiß, wohin ich komme, wenn ich meine Augen schließe eines Tages. Das ist wunderschön. Ja, du hast jetzt schon einen Sieg. Die anderen Leute haben alle Angst vor dem Tod. Die wissen nicht, was auf die Zukunft kommt. Und wir wissen, sobald wir sterben, sind wir mit diesem herrlichen Gott, der uns liebt, ewig zusammen. Das ist ja, der Tod hat sozusagen ausgedient. Ja, Amen. Ich hatte wirklich als Atheist eine sehr, sehr große Angst vor dem Tod. Sehr, sehr große. Mittlerweile auch wie Paulus, glaube ich, war das? Oder Petrus? Dass wir uns freuen sozusagen, weil wir wissen, was danach kommt. Genau. Sterben ist ein Gewinn. Ja, Philippabrief. Für mich ist Sterben ein Gewinn, sagt der Apostel Paulus. Für einen Christen, Wiedergeborenen, wenn er stirbt, ist er direkt beim Herrn. Das ist ja das Ziel. Oder wollen wir hier 180 Jahre hier auf der Erde rumeiern, gucken, wie Israel und Hamas sich gegenseitig die Kinder tötet? Nein. Das hier ist nicht unser Zuhause. Bei einem allmächtigen Gott, wo es herrlich ist und vollkommen ist, wenn er uns erfüllt mit seiner allmächtigen göttlichen Macht, dann brauchst du nichts mehr. Dann brauchst du auch keine Jungfrauen zu zerreißen. Das ist so krank. Du kannst nur auf sowas warten, wenn dir Gott nicht so viel wert ist, dann achtest du auf sexuelle Sachen. Ja. Weil wenn Gott mit dir ist, der allmächtige Gott mit dir zusammen ist in der Ewigkeit im Paradies und dir das ewige Leben schenken will, dann erfüllt Gott dich mit allem 100 Prozent. Du hast keine Wünsche mehr. Nur jemand, der eben nicht so Gott liebt, würde sagen, ja, okay. Ja, aber nach einer Milliarde Jahre mit dem Gott, da wird mir auch langweilig mit dem Typen. Ja, da will ich auch mal ein bisschen knattern. So wie der Pia Vogel sagt, was machen wir denn Himmelreich, Hafe spielen oder was? Ja, genau. Das heißt, denen ist Gott nicht so wichtig, mit ihm zusammen zu sein, mit Gott und nichts anderes. Diese Leute, das reicht denen nicht, die wollen doch Ferrari fahren mit Jungfrauen im Himmel. Versteht ihr, was die Sache ist? Gott sehen, Leute, halt. Sie haben eigentlich nicht so viel von Gott. Die wollen lieber wieder Sex und Ferrari. Das, was sie hier auf der Erde nicht erfüllt hat, wollen die rübernehmen auf die Ewigkeit. Das ist, wo ist da die Intelligenz? Da hast du vollkommen recht. Das, was sie hier auf der Erde nicht erfüllt hat, wollen sie dann im Himmel reichen. Das ist so krank. Was sie da wieder im Himmel nicht reichen. Weil auf einmal fahren die Ferrari mit ihren Jungfrauen, auf einmal kommt ein anderer Muslim mit einem heftigeren Bugatti Veyron vorbei. Ja, dann bist du ja wieder am Ende. Und dann willst du Bugatti Veyron von nebenüber treffen. Veyron, dann holst du Giron. Und dann fährst du an dem Giron und der NCR am Ende. Das ist doch kein Himmel. Ich hatte ein Auto für 5 Millionen Euro, ich bin ein Auto für 10 Millionen. Ja, verstehst du? Da kommt einer vorbei, geraßt mit seinen Jungfrauen, mit dem Chiron. Bugatti Chiron, RS mit 1800 Fährst. Dann musst du wieder zu, um die erste Mal Schahid zu werden, damit du wieder was Neues wünschen kannst. Ja, das ist eine Hölle. Weil das fängt ja wieder an, dieses Neid. Und ich will wieder das andere, was der nicht hat und so weiter. Das ist kein Himmel. Das ist wieder wie die Erde, nur in einer Fantasie gestaltet als Himmel. Leute, mal eine Frage. Habt ihr was von Musa Elima gehört? Musa Elima, ja. Habe ich schon mal was von gehört, ja. Ja, ich habe diese Quellen von Musa Elima gefunden. Die sind so witzig. Der Musa Elima hat eigene Koranverse geschrieben und hat auch gesagt, er hat Offenbarung vom Engel Jibril bekommen. Und er hat es geschafft, mit seinen geschriebenen Versen 40.000 Anhänger zu gewinnen, ohne Krieg. Und Mohammed hat 13 Jahre in Mekka gepredigt mit seinen Versen und er hat keine Anhänger gewonnen. Allah war nicht mehr in der Lage, einen einzigen Propheten zu haben an einem Ort. Sie hatten zwei. Nach dem Tod des Propheten wurde Musa Elima von Khalid ibn Walid übersiegt. Also umgebracht dann, ne? Du musst dir mal vorstellen, seine Koranverse waren so gut, dass sie bis heute unterrichtet werden von Musa Elima. Somit, wo war denn der Koran einzigartig? Ja, so einzigartig, dass Allah seine Verse von Omar ibn al-Khattab kopierte. So einzigartig ist der Koran. Deswegen bin ich ja hoch, weil du das ja gesagt hast. Da wollte ich sagen, Musa Elima hat bessere Verse geschrieben, hat sogar ohne Krieg 40.000 Anhänger gehabt. Das findest du unter anderem auch Ibn al-Ishak und es gibt sogar eine Koransuche, wo er erwähnt wird, wa? Der Musa Elima. Ja. Hast du da irgendwas einzublenden? Ja, ich hab alles offen. Ich kann's dir zeigen. Man kann sich nur kaputt lachen, ja. Schau mal, ich hab das übersetzt und ich zeig euch gleich, wo das steht, ja. Auch sprachlich ist der Koran kein Wunderwerk. Während der Jahilah-Periode, der Zeit vor dem Islam, schufen arabische Dichter so außergewöhnliche Werke, dass ihre Poesie noch heute in Schulen studiert und gelehrt wird. Es gibt sogar mehrere Ähnlichkeiten zwischen einigen dieser vorislamischen Gedichte und Koranversen. Im Koran heißt es, dass die Menschen Mekka ihn für einen Dichter wie jeden anderen hielten. Es gab auch andere Propheten zur Zeit Mohammeds in anderen arabischen Stämmen. Guck mal, stell dir vor, wir hätten einen Jesus und einen anderen Jesus woanders, der dasselbe macht. Das geht gar nicht. Guck mal, wie unfähig Allah ist. Wie Musa Elima, der ebenfalls seine eigenen Verse rezitierte und es schaffte, 40.000 Anhänger zu gewinnen, bevor er von den Muslimen besiegt wurde. Obwohl Mohammed 13 Jahre lang in Mekka Koranverse rezitierte, bekehrte er sich nur wenige Menschen zu ihm. Das heißt, der Musa Elima war erfolgreicher mit seinen geschriebenen Versen. Er hat besser geschrieben als Allah. Guck mal, was das für eine Katastrophe ist. Man hat Krieg gegen ihn für mich. Ich zeige euch jetzt die Quellensammlung. Guck mal, hier könnt ihr bei Wiki Lexikon Musa Elima, könnt ihr das lesen und ihr könnt auch hier unten, habt ihr dann die Quellenangabe, wo was herkommt. Ja, hallo. Guck mal, der Musa Elima, ne? Mohammed hat ihn den Lügner genannt. Guck mal, Musa Elima, der Lügner. Er wurde von Al-Habar in Najat an der Kawanroute nach Bahrain geboren, wo er den Stamm der Ben Hanifa, seine Aktivität als Prophet entfaltete. Seine Offenbarung soll er wie Mohammed von einem Herzengel, Gabriel, erhalten haben. Diese Behauptungen kritisiert der Koran in Surah 6. Er hat sogar einen Koran geschafft. Da ist es, siehst du, Surah 6, Vers 93, Asberbe Nusul, da ist das. Ja, das ist der. Das ist der, der erfolgreicher war als Mohammed mit seinen Koranversen. Ist das krass. Das kann jeder von euch nachschlagen, Surah 6, Vers 93, Asberbe Nusul. Guck mal, im Mittelpunkt seiner monistischen Anschauung stand Al-Rahman, der Barmherzige. Einfach Allahs Name haben sie auch von ihm genommen. Ah, sehr süftisch, ja. Denn bereits der vorislamischen Araber als den einen Gott gekannt haben. Er hat das ja, weißt du, die Muslime lügen. Wenn du tiefer in die Quellen reingehst, Amir, er war vor Mohammed sogar noch da. Aber das wirst du auf keiner islamischen Seite finden. Das musst du richtig überforschen. Aber das ist ja nicht das Thema. Der Islam ist einfach nur eine Täuschung. Es ist so krank. Guck mal, ist das nicht einer von Allahs Namen? Ja, Al-Rahmane, natürlich. Al-Rahmane, Rahim, ja. Bei der Schlacht von Yamama haben sie ihn umgebracht. Ein Sklave hat ihn umgebracht. Mehrere Überlieferungen arabischer Historografen, unter ihnen sogar Ibn Ishaq hat über ihn geschrieben, lassen darauf schließen, dass Muslime bereits vor Mohammeds Auftreten in Mekka als Prophet mit seiner Verkündung begonnen hatte. Vor Mohammed hat er schon den einzig wahren Gott, Allah-Rahman, verkündet und hat mit seinen eigenen Koranversen mehr Anhänger wie Mohammed gewonnen. So, und hat es sogar in den Koran geschafft. Mohammed nannte ihn den Lügner. Und er hat sogar Mohammed überlebt. Guck mal, wie unfähig Allah ist. Ja, in Surah Al-Muminun, Ayah 11 bis 14, sind ja seine Sätze da reingegangen von Ibn Abisar. Das ist ja auch nochmal einer der Schreiber von Mohammed. Und hat ihn entlarvt als einen falschen Propheten. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wie unfähig Allah schickt einen Propheten und zeitgleich einen anderen, der dasselbe macht wie Mohammed, sogar noch erfolgreicher ist. Ey, stellt euch mal vor, wir hätten so eine Quelle, wo Jesus kommt und ein falscher Jesus gleichzeitig und sogar noch erfolgreicher ist wie Jesus, mehr Anhänger gewinnt und sogar besser spricht als Jesus. Ja, wir würden immer zu dem Vorhergehen, weil der Vorhergehen immer der Bessere, der Richtige, der Originale, der danach kommt, ist der Kopierer. Also hat Mohammed auch Musa El-Ima mitkopiert. Ja. Und wenn ich dir noch ein Bukhari zeigen kann, dann nerv ich nicht weiter, aber ich wollte das weiter zeigen. Ja, eine tiefe Forschung des Islams bedeutet gleichzeitig auch, dass man Zweifel bekommt und dann auch eben den Islam verlässt. Und deswegen trauen sich auch viele Muslime nicht, den Islam wirklich zu erforschen. Sie wissen, das könnte irgendwas da drin sein, was einem den Glauben dann wegnimmt. Das ist die Angst halt. Und Allah begünstigt das auch, durch Sura 5 Vers 111 war das, glaube ich. Fragt nicht, 101, fragt nicht nach den Dingen im Glauben, wenn die euch offenbart werden. Denn wenn ihr das tut, das haben schon vor euch Leute getan, nach Dingen im Glauben und sie haben den Glauben verloren, den Islam verlassen. Also Allah sagt, mach das nicht, sonst werdet ihr auch den Islam verlassen. Bukhari 36, ja Reza, du hast vollkommen recht, ich gebe dir in allem recht. Sobald du ein bisschen forschst, kannst du nur noch weglaufen. Wir sehen, dass Allah unfähig ist, einen Propheten zu schicken und den anderen zu verhindern, dasselbe zu tun, zeitgleich. Sogar ein Krieg hat das ausgelöst, aber egal. So Bukhari 36, 17, schaut mal, was passiert ist. Ich habe übersetzt. Es gab einen Christen, der den Islam annahm und Sura al-Baqarah und Al-Imram las. Und er pflegte die Offenbarung für den Propheten zu schreiben. Ein Christ. Viele Christen haben für ihn geschrieben. Später kehrte er wieder zum Christentum zurück und pflegte zu sagen, Mohammed weiß nichts anderes als das, was ich für ihn geschrieben habe. Dann ließ Allah ihn sterben. Ihr könnt die komplette Geschichte lesen. Sie haben ihn dreimal begraben, der ist dreimal wieder rausgekommen. Total verrückte Geschichte. Aber Muslime sagen... Das ist sogar der Kousin gewesen von Mohammed. Der hat den Islam angenommen, dann ist er Christ geworden. Das ist sogar der Kousin von Mohammed. Hier steht leider kein Name. Leider. Hier Bukhari 36, 17. Man hat ihn umgebracht. Mohammed hat alle seine Schreiber irgendwie umgebracht. Man kann die Geschichte mal verfolgen. Der Bahira wurde umgebracht, der Waraka ist gestorben, dieser Christ ist gestorben. Muslime sagen, Mohammed hat ihn nicht umgebracht, weil hier steht, da ließ Allah ihn sterben. Der ist 37 Mal die Treppe runtergefallen. Wahnsinn. Ja, egal. Ich bin fertig. Danke, dass ihr zugehört habt. Segnet dich, mein Lieber. Ach Gott, segne euch. Sehr gut. Alles gut. Ich hoffe, die Christen verwenden das überall, dass es zeitgleich zwei Propheten gab, die dasselbe gemacht haben und der andere erfolgreicher war. Mann, Khalid Ibn Walid hat ihn umgebracht, nach dem Tod des Propheten. Er hat sogar Mohammed überlebt und hatte mehr Anhänger wie Mohammed. Das ist krank, ne? Das ist so krank. Das passt gar nicht in deinen Kopf rein. Wie unfähig, wie unfähig, wie unfähig, wie unfähig diese Allah, wie unfähig, oh mein Gott. Ich versuche gerade hier zu sehen, ob ich das mal gescreenshotet habe, den Namen von diesen Christen, der ein Cousin von Mohammed war und der dann zum Islam übergetreten war und dann abgehauen. Ich habe den Namen, ich habe den Namen, ich habe den Namen, Ubaid Allah ibn Jash al-Assadi. Im Sirat von Al-Halabiya, glaube ich, heißt das, kann ich gleich öffnen, da gibt es noch ein Familienmitglied von Mohammed, das aus dem Islam ausgetreten ist. Hier kannst du eingeben, bei Wikipedia, Ubaid Allah ibn Jash, arabisch, ca. 588 bis 627, war ein Gefährte des islamischen Propheten Mohammed, der später nach seiner Migration nach Abyssinien um 615 n. Chr. vom Islam abtrat, indem er zum äthiopischen, orthodoxen Christentum konvertierte. Wahnsinn. Es gibt aber noch einen, der vier von Ibn Ishaq erwähnten Hanifs, eine Art Monotheisten, die anderen sind Waraka ibn Naufal, Uthman ibn Huweiridh und Said ibn Amr. Wahnsinn. Okay, ihr Lieben, ich denke, wir machen jetzt aber so langsam aber sicher Schluss für heute, ehrlich, ich kann echt nicht mehr, meine Augen sind richtig am Vertrocknen. Die meisten schlafen auch schon hier, die ganzen Leute, die haben nur noch im Wachkoma-Zustand, machen die mit ihren Fingern irgendwas auf den Dinger, aber die sind am Schlafen alle. Book of Haram, bitte schreib mir privat, ich schicke dir einen Link, ja. Book of Haram? Ich bin heute von Hamburg zu mir fast 600 Kilometer gefahren und Amir war die ganze Zeit live, ich hab zugehört, das war so eine coole Fahrt. Die ging so schnell rüber, also ich hatte was zu hören. Kommt alle, nee, Rose, ich mach keinen Stream heute, bitte, entschuldige, ich bin auch müde. Okay, Leute, ging nicht genug, dann danke. Dankeschön, dass Sie mich hochgenommen. Ich bin das ganz herzlich lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr da wart. Möge der Jesus Christus jeden Einzelnen von euch segnen, bewillen und beschützen und euch zu Kinder Gottes willen. Wirklich, dass ihr auf dem Weg seid zum ewigen Leben. Vielen Dank für alles, was ihr gemacht habt, für das ganze Leiden, Teilen, diese ganzen Geschenke und so, vielen, vielen Dank. Gott deswegen Dankeschön, danke, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familien und wir sehen uns dann, so Gott will, dann morgen, oder je nachdem, wenn der Herr das wieder erlaubt. Danke, Reza, danke, Olli, danke an euch, dass ihr da wart, auch an alle, die hier drin sind. Und wir sehen uns dann, so Gott will, dann morgen, oder so, ja. Gute Nacht. Ja, so Gott will und ihr Lieben. Dem Herrn dieses Anfragen, Gottes Frieden. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.